Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nr. 295, dem einzig wahren Fußball-Podcast, der nicht in der Lage ist, den Soundcheck vor dem Livestream zu machen. Mein Name ist René, außerdem mit dabei der Basti. Gude. Das war ich versucht Marvin zu sagen, aber der ist ja noch gar nicht da. Und hier El Dennis. Ja, servus, hallo. Der Marvin kommt aber gleich noch, keine Angst, der steckt noch irgendwo in den öffentlichen Verkehrsmitteln der Stadt Frankfurt fest, aber ich hoffe, dass das dann auch gleich sich erledigt hat. So, wie seid ihr denn so durch die Faschingswoche und durch das Faschingswochenende gekommen, meine Herren? Alles gut? Ich habe keinerlei Faschingsfeier teilgenommen. Ich habe am Mittwoch vor Fasching all mein Pulver verschossen nach dem grandiosen Einzug ins Halbfinal. Ja, genau. Muss das sein. So ähnlich geht es dir auch mit den beiden Karnevalsmannschaften, gegen die wir gespielt haben. Die haben ja auch ihr Pulver restlos verschossen, allerdings auch ohne da irgendwie was rauszuholen. Du hast ja Mittwoch schon angesprochen, Pokalspiel gegen Mainz. Mittwochabend 18.30 Uhr vor einer nicht ausverkauften Heimkulisse, was jetzt auch nicht weiter zu erwarten war oder sich im Vorfeld schon angedeutet hat. Das ist trotzdem komisch. Also ich habe ein bisschen Gefühl, manche unterschätzen, was gerade bei Eintracht abgeht. Auch, dass jetzt gegen Köln es nicht ausverkauft war, kommen wir später noch zu. Ja, das hat mich mehr gewundert. Ich meine, wer hat mir schon... Ein bisschen würde ich gerne, nachher werde ich so ein bisschen einen kleinen Aufruf starten, weil mir das nicht gepasst hat, auch wie die Stimmung war. Schon gegen Freiburg nicht und gegen Köln auch nicht. Da hat der Martin Stein ja auch was zugesagt, das fand ich ganz gut. Weil man darf nicht vergessen, was gerade abgeht. Also Oto und Martin Stein waren, Leute, wir sind Vierter. Ja gut, dafür ist es ziemlich ruhig. Ja, das stimmt schon. Wir sind Vierter und wir sind im Halbfinale. Also Leute, wenn wir jetzt nicht ausrasten, wann denn dann? Wann dann? Ja, genau. Viel mehr wird die Eintracht nicht erreichen. Spoiler. Weiß ich nicht, da kommen wir gleich nochmal zu. Gut, bleiben wir bei meins, sorry. Gut, also das ist am Mittwoch jetzt so wahr, das war jetzt glaube ich nicht weiter verwunderlich. Wir hatten ja beim letzten Mal schon festgestellt, dass da durchaus entfernungstechnisch das von der Uhrzeit vielleicht nicht so ganz optimal ist für den einen oder anderen. Was auch zu erwarten war, was wir im Vorfeld gesagt haben, war, dass Kovac wahrscheinlich die eine oder andere Rotation starten wird. Was ja auch am Ende so war. Ja, Rebic wieder da, Tacosta und Willems in der Startelf. Hat mich so ein bisschen verwundert oder beziehungsweise verwundert jetzt nicht, aber dass er das halt jetzt gerade auf den Positionen macht, hätte ich jetzt vielleicht nicht erwartet. Ich hätte irgendwie erwartet, dass er Haller rausnimmt, aber hat sich ja gezeigt, hat funktioniert und unser Sendungstitel von der letzten Woche hat sich auch ganz deutlich bestätigt. Bestätigt, nur Rebic, nur Party, oder? Ja. Auf jeden Fall. Tatsächlich, also dieser Mann, ich habe es glaube ich auch getwittert, ich weiß nicht, klar fand ich Okoce auch geil, wahrscheinlich auch noch geiler, aber jetzt sagen wir mal die Jüngere auf Eintracht-Vergangenheit, ich weiß nicht, wann ich einen Spieler jemals so geil fand und so viele Gefühle fühlen hatte wie aktuell für Rebic. Er ist einfach, er bringt einfach unserem Spiel ein Element, was uns, wenn er nicht da ist, tatsächlich fehlt, siehe Augsburg zum Beispiel. Und wir hatten das glaube ich an anderen Stellen, hatten wir das auch schon mal angemerkt, dass man gemerkt hat, dass er nicht da ist, ich weiß gar nicht mehr welches Spiel es war. Er ist für mich vorne, noch vor Allaire, noch vor Wolf sogar, ist er für mich gesetzt. Er ist einfach für mich momentan der Mann im Offensivbereich, auch wenn er nicht durch unfassbar viele Tore auffällt und das ist auch gar nicht das, was ich an ihm so geil finde. Was ich an ihm so geil finde ist, dass er, irgendwie hast du das Gefühl, er könnte nach dem Spiel nochmal weiterrennen und wenn er ausgewechselt wird, obwohl er sich völlig verausgabt hat, ist er immer noch sauer. Also der ist glaube ich, der könnte glaube ich zwei Mal hintereinander spielen und ich weiß nicht, wer es gesagt hat, ich glaube Hübner hat es in einem Interview gesagt, wenn der Kerl, ja so dieses gewisse Fleck mal, was er vielleicht hat oder hatte an früheren Stationen, wenn er das nicht hätte, würde er im Leben nicht Ball einfach spielen, sondern bei Bayern München und das sehe ich ehrlich gesagt auch so. Viel Wahres dran, auf jeden Fall. Auch gerade ein Rebic funktioniert auch, finde ich, so gut vorne in dieser Ausstellung, die wir da jetzt auch bei beiden Spieltagen, hast du gemerkt, der ist nicht auf einen Spielertyp unbedingt angewiesen. Er funktioniert sehr gut mit Wolf zusammen, das ist eh jemand, der da auch meiner Meinung nach total rauszustreichen ist, total genial, wirklich, also nicht nur durch die Tore, die Vorbereitung, jetzt alles, was so die letzten zwei Spiele dort auch passiert ist, es funktioniert einfach. Es funktioniert vorne, ein Rebic ist jemand, der nicht als Fremdkörper in der Stelle dann teilweise ins Spiel reinkommt, wenn er wieder rein rotiert, sondern er fügt sich sofort ein, bringt sofort Gefahr auf den Platz, hat mir auch wieder richtig gut gefallen und ja, nur Rebic, nur Party hat sehr gut gepasst, finde ich. Obwohl wir natürlich sagen müssen zu dem Mainz-Spiel, weil wir sind ja aktuell noch beim Mainz-Spiel, es war sehr viel Slapstick, sehr viel Dankeschön Mainz, danke für einige Geschenke und ja, muss man auch sagen, waren nicht ganz unbeteiligt an diesem schönen 3-0. Das stimmt, das hat bei mir auch dafür gesorgt, dass die Forms-Spiel noch nicht so euphorisch war wie der eine oder andere, weil man muss auch sagen, dass wir jetzt im Halbfinale stehen, liegt auch mit mindestens so 50% daran, dass Mainz tatsächlich momentan desolat ist. Also da hast du das Gefühl, die wurden um ihre eigene Leistungsfähigkeit von ihrem eigenen Maskottchen betrogen auf irgendeine verschrobene Weise. Das ist schon ein wenig, also das ist erschreckend, wenn ich Mainz-Fan wäre, für mich ist es toll, aber von diesem Mainzer Glücksbärchi, Hushibushi, wir gehören alle zusammen, Spirit, hat man weder auf den Rängen, noch auf dem Platz was gesehen und meine Lieblingsszene von dem Spiel war, dieser lustig angemalte Clown, der mit einem sehr ernsten Gesicht auf die Mannschaft eingebrüllt hat. Das war für mich das Spiel des Spiels, äh, das Bild des Spiels. Grüße. Genau, bevor wir weiter über Mainz reden, no Podcast, nee, no Marvin, no Podcast so rum, deswegen, El Marvin ist jetzt auch endlich da. Hi. Wir sind noch bei Mainz, also von daher hast du nicht viel verpasst. Ja, also die Tore waren zu 50% von Mainz geschenkt, aber man muss auch sagen, wir sind die, haben auch extrem hart angelaufen, ja, ja. Ja, du musst die Dinger ja auch erzwingen, also ich meine, natürlich war es nicht so, dass es jetzt eine rein spielerische Leistung in Eintracht war, aber das hätte alles nicht funktioniert, hätten wir auch nicht die Lehren aus der Partie gezogen, zuvor, also aus Augsburg, wo wir gemerkt haben, dass es halt nicht immer so mit 50% geht, dass du zwar natürlich auch mal einen schlechten Tag haben kannst, aber du dementsprechend dann auch wieder die Konsequenzen rausziehen musst und das haben wir ja gemacht, wir haben früh gestört, wir waren früh unangenehm und das war das A und O. Nur dadurch, nur dadurch hat es so funktioniert, wie es dann im Endeffekt dann auch geklappt hat. Und ich finde, ich muss ganz ehrlich sagen, die Leistung war cool, also ich fand, die Eintracht hat gut gespielt, hat das Ding auch echt souverän nach Hause gebracht, natürlich mit einer, ja, mit mehreren Vorlagen. Mich hat es insgesamt sehr gefreut, dass beim dritten Tor Mascarell getroffen hat, das hat dem Ganzen irgendwie so ein, ja, das war so ein Schmankerl, auf jeden Fall, musst du auch erstmal machen als defensiver Mittelfeldspieler, ja, es ist auch nichts, was jetzt total täglich passiert, auch hier hat er wieder seine Qualität unter Beweis gestellt, insofern für mich rundum gelungener Abend, aber ganz klar, sowas funktioniert nur, wenn der Gegner auch mitmacht, aber wie ihr eben schon gemeint habt, Mainz ist halt momentan brutal schlecht und was ihr jetzt eben schon angedeutet, all das, was in den letzten Jahren irgendwie funktioniert hat bei Mainz, sehe ich zu einem Ende kommen. Ja, ja, momentan ist es für Mainz echt, echt schwer. Gut, gut für uns, weil wir dürfen, was für mich so ein bisschen untergegangen ist. Auf jeden Fall. Weil das so ein bisschen, ja, dieses Spiel war, Mainz der Slapstick und wir waren Gott sei Dank wieder da, wir hatten noch diese Angst nach Augsburg, die jeder Eintracht-Fan, glaube ich, hatte, weil viele nach dem Augsburgspiel auch gesagt haben, oh, die Eintracht ist wieder da, blablabla. Ich auch, das war zur richtigen Zeit und auch Gott sei Dank zeitnah, dass wir gar nicht auf großartig Zeit hatten, auf dumme Gedanken zu kommen, was passiert jetzt, sondern da war dieses Spiel und Leute, klar waren wir letztes Jahr im Finale, aber das, wenn wir jetzt mal das irgendwie ein bisschen weiter betrachten, die Eintracht ist schon wieder im Halbfinale. Das ist für die letzten, das ist überragend. Und das darf man auch nicht unterschätzen, auch wenn parallel in der Liga auch Party abgeht, aber ich finde das geil und wir haben auf Schalke meiner Meinung nach noch lange nicht verloren. Das ist für mich so ein bisschen untergegangen, weil das so locker war. Also so, du hast dieses 3-0 locker, das war ungefähr, Mainz war grottenschlecht, aber dass das tatsächlich ein Viertelfinal-Defiode-Pokal war, was uns auch wieder über zweieinhalb Millionen Euro in die Klasse spült, das ist einfach eine runde Sache, das wollte ich jetzt hier einfach nur nochmal betonen, weil, ja, ich das Gefühl hatte, dass es so fast ein bisschen Untergang ist. Ja, aber wie du schon sagst, also die Tore gingen zwar mit Sicherheit zu 50 Prozent auf das Mainzer Konto, die halt einfach desolat waren, aber ich fand schon, dass wir mit der Einstellung und auch wie wir die Mainzer Spiele angelaufen sind, wir sie halt auch ganz stark, wie Marvin gesagt hat, dazu gezwungen haben. Und das gehört halt einfach auch mit dazu. Exemplarisch das 1-0 natürlich. Also, das musst du halt auch, und das meinte ich bei Rebic, das ist nicht unbedingt die Qualität, du musst den halt auch erstmal anlaufen. Also das macht auch nicht jeder. Man muss halt die Leute, man muss halt den René Adler auch unter Druck setzen, das machen nicht alle, diesen extra Weg zu gehen, weil die halt denken, der wäre sinnlos, aber wurde belohnt. Ja, definitiv. Ich weiß gar nicht, wie viel der gelaufen ist, aber der ist ja sowieso wieder wie von der Tarantil gestochen, da hoch und runter an der Linie. Und der läuft ja sowieso immer relativ früh dann auch hinten die Abwehr und den Torwart dann nochmal an, wenn die im Ballbesitz sind. Also von daher Rebic einfach ganz großer Vorzug. Und nicht nur die drei Tore, die an denen die Mainzer beteiligt waren, sondern am Ende hat sich ja dann auch noch Latza selbst vorzeitig in die Kabine geschickt mit diesem vollkommen übermotivierten und unnötigen Foul da an der Außenlinie. Also da merktest du auch einfach, da war alles an Frust irgendwie drin in dem Ding. Ja, ihr habt schon angedeutet, nächste Runde Pokal dann gegen Schalke, leider in Gelsenkirchen. Da hat sich der Herr Köpke beim Kugeln aus der Lostrommel ziehen jetzt nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert. Also Leute, ich habe es so gefeiert, als dieses Bayern losweg war und wir tatsächlich nicht gegen die dämlichen Bayern spannen müssten. Also ich muss sagen, es hätte wirklich noch super Glück sein können, dass wir nur ein Heimspiel haben. Wir müssen es nicht übertreiben. Ich stelle aber die Frage, ich stelle ganz kurz die Zwischenfrage, wäre das wirklich das super Glück gewesen, überhaupt zu Hause zu spielen, nach den Bilanzen, die wir diese Saison haben? Ich weiß gar nicht, ob es vielleicht für die Eintracht, wenn es so ein Go-To-Guy-Spiel ist, ob es nicht vielleicht besser ist, auswärts zu spielen, weil wir von uns erwartet. Hätten wir jetzt das Heimspiel gehabt, wäre die Euphorie, glaube ich, größer gewesen. Da wäre Elo, boah, geil, wir fahren wieder nach Berlin. Jetzt hast du so dieses, ja, ich vergleiche das so ein bisschen mit Gladbach, auch die Reaktion aus. In Gladbach waren wir auch nicht der Favorit und dann haben wir uns irgendwie durchgekämpft mit dem Elfmeterschießen. Ich weiß gar nicht, ob die Wahrscheinlichkeit so viel größer gewesen wäre, wenn wir zu Hause gespielt hätten. Ich bin einfach auch, wie der Dennis gesagt hat, nur froh, dass das nicht Bayern war. Und ich glaube, das soll auch nicht arrogant klingen und vielleicht liege ich jetzt auch wieder auf der rechten Seite von der Euphorie. Das ist ein 50-50-Spiel, meiner Meinung nach, gerade im Pokal. Ich glaube, da fahren mit Sicherheit an die 10.000 mit, je nachdem, wie viele Karten wir bekommen. Wann ist denn das Spiel? 17. April, 18. April. Also allen Voraussichten nach wird es am 18. sein. All die, weil Dortmund, glaube ich, in der Europa League an der Woche vorher spielt und dadurch das Derby am Sonntag ist, dann gehe ich davon aus, dass das Spiel dann am Mittwoch sein wird. Also wird es wahrscheinlich 18. April sein. Hm, okay. Und Schalke hat vorher noch ein Derby gegen Dortmund zu spielen. Da werden die auch nicht mit Halbgas spielen. Das ist ganz gut alles. Ja, stimmt schon. Du hattest ja vorhin schon das Stimmungsthema angesprochen. Also wahrscheinlich ist es gar nicht verkehrt, an der Stelle auswärts zu spielen, weil die, die dann mitfahren, auf jeden Fall für Stimmung sorgen. Und wir dann, wie du schon sagst, auch dann nicht unbedingt in der Rolle sind, zu Hause das Spiel machen zu müssen, sondern uns halt auch auf diese Underdog-Rolle und auf das Kontern so ein bisschen fokussieren können. Ja, kann ein Vorteil sein, ja. Also kann ein Vorteil sein. Muss man sich halt einfach angucken. Ich sag jetzt nicht, dass das besser ist. Ich bin so fast gleich. Ja, das stimmt. Also es gibt für alles ein Für und Wider. Und am Ende des Tages ist es ja egal, gegen wen wir im Halbfinale gewinnen. Ja, was für mich halt extrem wichtig ist, die Tatsache, dass, auch wenn das jetzt, naja, für die eher so ein mäßiger Vorteil ist, aber egal, was für mich jetzt schon sehr, sehr wichtig ist, ist die Tatsache, dass die Bayern auswärts spielen und nicht ihren Heimbonus haben und dass sie mit Bayer Leverkusen eine Mannschaft erwischt haben, die immens stark ist. Die hat jetzt wieder einen kleinen Hänger, aber da geht was. Und lass die Bayern erst mal die ganze Champions-League-Situation überstehen. Wer weiß, ob das passiert. Es gibt so viele Variablen, die sich jetzt hier noch auftun. Du bist dir nicht hundertprozentig sicher, ob jetzt Hoeneß es schafft, Heinkes zu einer Vertragsverlängerung wirklich zu überreden, ihn mehr oder weniger anzuketten, damit er irgendwie noch ein Jahr hier bleibt. Das ist eine Personalie, die noch offen steht. Kommen wir später noch dazu. Ja, 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 genau. Aber trotzdem, das spielt alles mit rein. Stell dir mal vor, es läuft nicht so in der Champions League, wie man sich das gedacht hat. Und dann brodelt es. Und dann hast du vielleicht in der Leverkusen eine Mannschaft, die bis dahin wieder noch ein bisschen an Stärke zurückgefunden hat. Tja, ich meine, jetzt gegen die Hertha haben sie 2-0 verloren zu Hause. Das war ärgerlich. Aber trotzdem ist es eine Mannschaft, die aktuell eigentlich ziemlich gut dabei ist. So, und dann geht da was. Und dann plötzlich, plötzlich hast du Leverkusen, die im Finale sind. Und dann, und dann hast du die Eintracht. Boah, ich weiß genau, was der Marvin hin will. Und dann kriegst du auch noch alle Karten. Genau, und dann hast du die Eintracht. Die wird bis auf die Spitzen motiviert sein. Ich würde meinen Spielern am Ende dann nur noch mal zeigen, wie Naldo das 2-2 gemacht hat. Da sind die alle so motiviert. Und dann der Kevin-Prinz-Boateng, der läuft dann sowieso hier rum und will die ganze Zeit nach Berlin. Das sagt er, hat er ja an jeder Möglichkeit irgendwie, die sich bat, hat er das ja ganz deutlich artikuliert. Der will da hin. Und die anderen zieht er mit. Ein Wolf kann hier jetzt in kurzer Zeit, in so jungen Jahren, schon immens viel erreichen. Die werden top-motiviert da hinfahren. Wir werden bis dahin, kann ja passieren, was will, aber keinen grandiosen Einbruch mehr erleben. Das heißt, wir sind relativ safe durch die Liga. Und dann ist das einer der absoluten Highlights. Ja, und da ist, ja, Schalke ist natürlich der leichte Favorit, aber die haben noch, weiß Gott, nicht gewonnen. Und wenn dann die Zeichen zusammenkommen und wir vielleicht gegen Leverkusen im Finale spielen sollten, ja, meine Güte, dann ist das Stadion nicht mehr ganz so geteilt wie gegen Dortmund. Ja, das glaube ich auch. Ich hatte genau denselben Gedanken wie der Marvin. Dieses, du kannst theoretisch gegen Leverkusen im Finale spielen und kriegst dann wahrscheinlich über gewisse Kanäle 40.000 der Karten statt 25. Und dann hast du vielleicht wirklich fast das halbe Stadion. Und wenn ich mir, da kriege ich jetzt hier Gänsehaut und muss wahrscheinlich anfangen zu flennen, wenn ich mir das nochmal vorstelle, was wir da schon erlebt haben und rechne dann nochmal 30, 40 Prozent drauf, dann werde ich wahrscheinlich in dem Stadion sterben. Grüße an mich selber und an mein Ableben. Wir sammeln dann für einen Gedenkkranz für dich kein Problem. Das ist nett von dir. Ja, so sind wir halt. Sehr gut, sehr gut, ja. Auf jeden Fall. Aber bremsen wir uns ein bisschen. Genau, wir müssen jetzt erstmal wieder den Alltag hinbekommen. Aber was auch für diesen Alltag spricht, ist auch ein Fabian kriegt jetzt immer mehr Spielpraxis. Auch eventuell dann ein wichtiger Spieler für ein Halbfinale, wenn es dann mal soweit ist. Ein Mascarell hat noch mehr Spielpraxis, der jetzt auch schon genial ist. Also ich muss nochmal sagen, gerade bei diesem Mainz-Spiel, es war überragend. Er hat das so genial verteilt. Er ist die Leute passend angelaufen. Also es hat wirklich alles gepasst. Mascarell, für mich der Spieler des Tages im Spiel gegen Mainz. Köln war dann auch stabil, aber da sprechen wir ja dann gleich sicherlich noch drüber. Und Alex Mayer ist vielleicht noch wieder da. Vielleicht macht er das entscheidende Tor in Berlin. Wie sagt er Marvin vor zwei Folgen so gut? Der beste Mayer ist der, den du hast und nicht brauchst. So geschichtlich. Nur der Fußball. Uh, den musstest du jetzt unterbringen. Ich zahle auch gerne an jeden von euch drei Euro. Nee, den musst du an Max zahlen. Der hat die Rechte an dem Satz, glaube ich, mittlerweile, was Podcasts angeht. Ja, haben wir noch was zum Thema Pokal zu sagen, meine Herren? Denke eher nicht. Dann lasst uns über das zweite Spiel in dieser Woche sprechen. Wir hatten ja so ein bisschen Angst vor dem Spiel gegen Köln, weil wir letzte Woche gesagt haben, das könnte so der angeschossene, aber doch vielleicht bissige Hund sein, der da kommt. Und ja, war da nicht ganz so. Wir haben zwar zwei Gegentore kassiert, aber haben dafür auch vier geschossen. Und es war eigentlich ein, wie ich fand, durchaus sehr souveränes Spiel, der Eintracht. Und meine Frau hatte am Anfang, weil ich irgendwie noch gerade in der Küche war, mir die Aufstellung vorgelesen und hatte das ganze Spiegel verkehrt. Also die haben das falschrum angeblendet und hatte vorgelesen, Russ und Follett im Sturm. Und ich dachte so, was, wie? Aber am Ende haben sie ja quasi im Sturm gespielt, weil sowohl Russ als auch Follett jeweils ein Tor geschossen haben, nach, Achtung, Standardsituationen. Wir haben zwei Tore geschossen, nach Standardsituationen. Und auch noch in genau der Situation, in der wir sie eigentlich benötigt sahen immer. Ja. Das war wie ein Spiel für uns gemalt. Also chronologisch aufarbeiten, aber ich weiß nicht, wie oft wir das hier schon gefordert haben, genau für diese Situation. Wir hatten das, glaube ich, genauso aufgemalt. Du bist im Spiel, kassierst 1-1, weißt nicht, was passiert. Dann kannst du vielleicht so ein Spiel einfach mal drehen mit einer Standardsituation. Und genau das ist geschehen. Innerhalb von acht Minuten zwei Tore nach Standardsituation von den Innenverteidigern, auf die ich vorher bei Twitter noch geschimpft habe und danach natürlich bitterböse Schelte kassiert habe, wohlgemerkt. Zu Recht. Dass es dafür auch später in dieser Sendung nochmal auftauchen wird. Ja. Auf jeden Fall, ich glaube, der Etienne, als er bei uns zu Gast war, hatte ja sich dieses Ausraster-Spiel mal wieder gewünscht. Und das war es für mich auch. Das war für mich auch im Block so. Im Block dieses, diese, ja, diese, ja, Wut will ich es nicht nennen, aber diese Konsternierung nach dem 1-1, wo du denkst, oh nee, oh nee, oh nee, das Spiel hatten wir doch eigentlich im Sack, die Kölner waren nicht gut. Und du hast gedacht, oh nee, hoffentlich gibt es keinen Knacks. Direkt 2-1. Und als du noch nicht fertig mit dem Übeln warst, zack, 3-1. Und dann hast du diese Erleichterung drin gehabt und mit dieser Erleichterung bist du dann in diesen Schuss von Wolf und bist komplett ausgerastet. Jeder, der seinen Becher noch nicht geworfen hat, hat einen spätestens nach Wolf. Genau, spätestens nach Wolf. Genau, genau, das war es. Ich habe auch bei 4-1, war einfach nur alles nass. Meine komplette Jacke war nach dem Wolf-Tor nass, weil die Leute sich einfach nicht mehr in Kontrolle hatten. Aber das war auch egal. Und ich fand es überragend. Und ich hatte ja, irgendwie so ein bisschen so einen reinigenden Torjubel. Den hatte ich lange nicht mehr, weil du dann wirklich dachtest, okay, wir können jetzt aber auch so jubeln, weil A, da war das kein Tor, was der Videobeweis irgendwie hätte anzweifeln können. Und B, war das ein Tor, wo du selbst als Eintracht-Fan dann sagst, ja, das müsste eigentlich reichen. Also, da war alles in dem Jubel drin. Das war ja schon geil, muss ich sagen. Ja, ja, Wolf muss man sowieso ja bei allen drei Toren eigentlich erwähnen, weil die Freistöße natürlich ja auch von Wolf geschossen wurden. Also, nicht nur eine Standardsituation, sondern wir haben auch mal wieder einen, der die Dinger halt auch so ein bisschen treten kann. Also, der scheint sich da jetzt wirklich immer mehr als ein immens wichtiger Spieler, heraus zu kristallisieren. Ich glaube, vor zwei oder drei Sendungen hatten wir noch belächelt, dass man Wolf als möglichen neuen Nationalspieler gesehen hat. Aber wenn der so weitermacht, könnte er irgendwann eine Chance bekommen. Ja, kann er. Natürlich, das ist der, das ist absolut, ja, wie soll ich sagen, möglich, möglich auf jeden Fall. Der Frank, auch ein stetiger Zuhörer von uns, jemand, der regelmäßig den Eintracht-Podcast hört, der hat zu mir letztens gemeint, er hofft, dass er nominiert wird, aber erst erscheint im vorläufigen Endkader. Also, in diesem, in dieser ersten Auswahl und nicht während er, während der Bundesliga-Zeit. Das finde ich eine smarte Idee. Ich kann mir vorstellen, dass Löw ist, dass Löw durchaus so einer ist, der so einen jungen Wilden mal mitnehmen will, der auch genau weiß, mit so einem kann er nochmal einen Akzent setzen, aber es wäre absolut gut, ihn halt nicht in der Zeit, in der Bundesliga-Zeit zu nominieren, dass er nicht auf andere Gedanken kommt, abschwebt, dass plötzlich die ersten Angebote kommen, sondern dass kurz vor knapp, kurz vor WM-Nominierung, so im großen Kader, das zum ersten Mal passiert, das hatten wir ja, es gab ja schon öfter mal diese Beispiele, das wäre perfekt, denn da könnte sich Löw ihn nochmal genauer angucken, kann ihn mitnehmen, kann nochmal schauen, reicht es, reicht es nicht und wenn es reicht, umso besser, dann haben wir einen WM-Fahrer aus Frankfurt, wenn nicht, dann auch okay, aber genau dieses Zeitfenster würde ich mir wünschen, das hat der Frank vorgeschlagen und dem stimme ich absolut zu, das wäre eine Idee, mit der ich mich sehr gut anfreunden könnte. Ja, klingt nach einer sehr smarten Lösung, fände ich auch gut. Ja, ich bin da noch nicht ganz so, ich war ja, aber ich bin ja sowieso, was Wolf betrifft, ein bisschen hinten dran, bei mir hat es ja auch länger gedauert, bis er mich überzeugt hat, natürlich jetzt zu 100%, aber Nationalmannschaft dauert bei mir vielleicht noch einen Monat, ich komme danach, Leute. Ja, ich sage ja auch nicht unbedingt, also irgendwann war ja meine Aussage. Ich hoffe nicht, dass das ein großartiges Thema wird, ich habe ja keinen Grund drauf. Nee, glaube ich auch nicht. Die sollen, ich hoffe allgemein, dass die Eintrachtsspiele auch so ein bisschen in Ruhe gelassen werden, so, dass wir nicht anfangen, ich hatte nämlich beim Augsburg-Spiel so ein bisschen das Gefühl, dass der eine oder andere den einen Schritt weniger gegangen ist und dass Kovac da auch eingreifen muss, das hat er, glaube ich, auch gesagt. Also er hat auch gesagt, Leute, so wie ihr jetzt denkt, wie gut ihr seid, seid ihr nicht, ihr könnt nicht aufhören, diese Schritte zu gehen, die wir mehr gegangen sind, als die Gegner, was dafür gesorgt hat, dass wir die Spiele gewonnen haben, zack, verlieren wir 3-0. Ich hoffe nicht, dass auch so eine Außendarstellung da vielleicht ein Stück weit zu beiträgt, weil das kriegst du als Spieler ja trotzdem mit. Ich hoffe, die Eintracht wird so immer so ein bisschen unterm Radar bleiben, aber nicht weg vom Radar, um dann am letzten Spieltag auf Schalke in Schlagdistanz zu sein. Und das wünsche ich jedem einzelnen Spieler. Ja, das war ja das, was wir ja auch schon so ein bisschen bemängelt haben, dass es auch unsere Hörer uns mitgegeben hatten, dass es so ein bisschen, ja, überheblich hochnäsig wirkte gegen Augsburg und wir ja letzte Woche gesagt haben, vielleicht kam der Warnschuss dann auch da einfach zum richtigen Zeitpunkt. Da würde ich natürlich dem beistimmen, was du gesagt hast. Umso mehr die Spieler in Ruhe gelassen werden und Kovac da halt der Einzige ist, der irgendwie versucht sie zu beeinflussen oder halt einfach in die wichtige Richtung zu lenken. Umso einfacher ist es natürlich, als wenn du dann irgendwie noch so einen zweiten Strom hast, den du halt zwangsläufig einfach auch irgendwie mitkriegst und dann nicht so richtig weißt, wie du damit umgehen sollst. Wollen wir auch nochmal ganz kurz ansprechen, dass wir trotz Rotationen eigentlich fast keinen Leistungsabfall gesehen haben. Ja. Also ich fand es schon wichtig zu wissen und ich hätte es nicht getan, ich habe genauso wie der René eigentlich reagiert, wo ich gedacht habe, oh je Verlett und Russ. So lieber Himmel. Aha. Ja, ja, also da bin ich bei dir eigentlich. Wäre ich auch immer noch. Bin ich auch, wenn das nächste Spiel wieder wäre, würde ich wahrscheinlich eh nicht reagieren. Nur weil die jetzt zwei Tore geschossen haben, wäre es mir trotzdem nicht wohl. Lassen mich da gerne Lügen strafen, aber ich finde, dass wir auch, wir konnten ja auch mal Allaire draußen lassen. Wir haben 4-1 gewonnen ohne Allaire. und das finde ich wichtig zu wissen. Ja, definitiv. Dass wir nicht abhängig sind vielleicht von Einzelnen, außer vielleicht tatsächlich von Radetzky und Hasebe und so, aber ansonsten. Aber an sich muss man natürlich sagen, dass uns auch die Kölner natürlich extrem viel Räume auch gelassen haben, gerade bei den Standards. Klar, Russ hat sich super durchgesetzt bei dem einen, bei dem anderen war es ja eher so ein bisschen wie der, naja, Slapstick im Strafraum, Fayette, hau das Ding dann noch irgendwie rein. Das ist natürlich klar, die haben hinten sich keine großen Schwächen geleistet. Man muss aber sagen, trotzdem, das ist jetzt wieder mal ein bisschen auf die Euphoriebremse. Klar, der Kader kann offensichtlich auch so eine Rotation mal aushalten, aber ich denke, wenn da jetzt ein anderer Gegner als Köln gekommen wäre und gerade auch am letzten Spieltag war da auch wieder teilweise nicht viel, auch wenn man die beiden Tore sich anguckt, einen Elfmeter, auch berechtigt, das andere, ein Fehler vom Radetzki kam da jetzt auch nicht so viel. Ich denke, wenn wir da vor Aufgaben gestellt werden, kannst du mit so einer Mannschaft, wie wir da jetzt hatten, nicht auftreten und du gehst wahrscheinlich auch, ja, eventuell auch mit mehr Gegentoren noch raus. Die Sache ist einfach, ich finde es ein bisschen schwierig, da jetzt zu sagen, da war kein Leistungsabfall, wir wurden halt auch überhaupt nicht geprüft, oder wie seht ihr das anders? Das finde ich, dann habe ich mich falsch ausgedrückt auch. Ich finde genau das, was ich eindeuten wollte, damit, dass ich nicht überzeugt wäre, wenn das wieder so wäre. Okay, okay, sorry, ich finde nur gut zu wissen, weil anders als im letzten Jahr, als wir teilweise mit Oczipka und Chandler auf der Innenverteidigerposition spielten, da hast du dann einfach gemerkt, dass es in gewissen Spielen einfach nicht gereicht hat, egal gegen wen es dann gegangen wäre. Stimmt. Und dieses Mal haben wir auch trotzdem einen unbequemen Gegner wie Köln konnten wir besiegen, aber ich bin sehr, sehr bei dir, Dennis, dass ich das nicht über fünf Spiele sehen will. Ich will trotzdem lieber Salcedo und Abraham in der Innenverteidigung sehen und glaube, dass es auch noch wichtig für uns wird, wenn die fit bleiben. Ja, das ist ja unbenommen, aber es zeigt sich halt durchaus, dass wir eine gewisse Breite im Kader haben, um auf Situationen zu reagieren und dann nicht wieder mit irgendwelchen Lösungen arbeiten müssen, die irgendwie an dritter, vierter, fünfter Stelle stehen. Also das ist schon eine wichtige Aussage, dass wir einfach Möglichkeiten haben und nicht nur die Möglichkeiten im Kader haben, sondern eben auch ein Trainerteam dahinter und eine Strategie dahinter haben, wie wir auf diese Dinge reagieren können. Klar sind wir jetzt gegen Köln nicht geprüft worden oder nicht so immens geprüft worden, aber ich denke schon, dass da auch gegen andere Gegner wir jetzt nicht wahnsinnig schlecht ausgesehen hätten. Leute, immerhin kannst du mal rotieren. Immerhin hast du diese Optionen. Ich meine, hätten wir vor zwei, drei Jahren uns einfach mal leisten können, jemanden Bullen wie Alain mal draußen zu lassen? Nein! Da waren wir froh, als wir überhaupt jemanden da hinten, da vorne drin hatten, der zu 99% Meier hieß, wenn nicht gerade noch Rob Friend oder so da rumgedackelt ist. Nein! Und jetzt machen wir das natürlich gegen Köln, aber gewinn halt erstmal gegen Köln. Ich meine, schau dir doch mal an, die Neuverpflichtung mit Terodde. Das war super. Das war eine ganz sinnvolle, smarte Sache, die Köln gemacht hat. Der trifft wie am Fließband, das reicht halt momentan noch nicht, weil an anderen Teilen, wie Dominik Heinz, der ein schlimmes Spiel nach dem anderen macht, dass Lehmann überhaupt noch Bundesliga spielt, das muss man mir auch erstmal erklären. Cordoba, der rufdoppelt wie ein Ewig. Cordoba war wirklich ganz merkwürdig, wie so ein Ausgusspieler. Aber selbst potenzielle gute Spieler wie Jojic, die kommen halt alle nicht mehr ran, da hast du nur noch Timo Horn, der ein ums andere mal wirklich souverän und gut spielt, aber der kann den Kahn halt auch nicht aus dem Dreck ziehen. Aber dann haben wir diese Spiele und dann variieren wir trotzdem und das funktioniert natürlich, aber wir haben halt auch einen Lauf, aber trotzdem ist es doch grandios, dass jemand wie Da Costa so in dieses Team reingerutscht ist und dann ein geiles Spiel macht. Das finde ich brutal und ich denke, das kann man auch nicht hoch genug bewerten und ich denke schon, dass es hier eine ganz große Qualität der Eintritt ist, den Flow zwar mitzunehmen und zwar schon ganz klar zu overperformen, aber auf der anderen Seite sieht Kovac auch, den kann ich bringen, der war im Training gut und das mache ich. Das macht er bei anderen ja nicht. Warum spielt Stieb denn da keine Rolle? Ja, weil er nicht diesen Anforderungen anscheinend genügt, die ist momentan in der Bundesliga benötigt und wer bleibt auf der Reservebank über komplette 90 Minuten? Ein Fabian und ein Williams, dass wir sowas überhaupt mal, das hätten wir vor drei Jahren, da hätten wir die durchgeschleppt, da hätten wir die 3000 mal fit gespritzt, damit die irgendwie da rumdümpelt. Vom kranken Bett direkt auf den Platz hast du recht. Ja, ja klar, also das ist natürlich schon, das ist natürlich schon krass, das Westo gegen Dortmund oder so oder auch gegen jetzt haben wir bald Leipzig, da sieht die Sache nochmal anders aus, da müssen wir halt, da müssen wir schon uns nochmal anders aufstellen, aber immerhin klappt es, immerhin gewinnen wir zu Hause ein Spiel in dieser Deutlichkeit und das ist schon, das ist schon eine Qualität. Ja, und ich finde, dass wir zumindest den Grund, den wir letzte Rückrunde im Winter schon befürchtet hatten, als Husti verkauft wurde, den wir dann immer auf dem Schirm hatten, wenn es schief geht, könnte es daran liegen, den haben wir jetzt zumindest ausgeschaltet. Klar kann die Eintracht auch noch einbrechen, aber das wird dann meiner Meinung nach nichts damit zu tun haben, dass wir keine Alternativen haben, aber wieder mal, wenn es angesprochen hat, haben wir welche und wir haben welche, die früher waren wir froh, wenn wir elf gesunde, geile Spiele auf dem Platz hatten, da waren nicht mal alle geil und dann waren ein paar auf der Bank und dann war es das auch. Jetzt haben wir sogar teilweise Spieler, wo ich keine Bauchschmerzen hätte, wenn die spielen, die nicht mal im Kader waren. Also da waren ja Spieler, ich glaube, Barcock war auch nicht im Kader, oder? Nee. Barcock, Stendera war nicht mal im Kader, das sind auch zwei Spieler, wenn die jetzt spielen würden, würde ich nicht die Hände vorm Kopf zusammenwerfen und sagen, ach du lieber Himmel, wie kann denn die Kröte spielen? Und ich finde, was Marvin gesagt hat, ist wichtig, guck mal, du musst Fabians, genau das habe ich mir auch gedacht, wo hast Fabian und Williams. Das sind zwei Spieler, wo du denkst, boah, die Granaten, die spielen halt einfach nicht und es funktioniert trotzdem. Und dann ist, Wolf, müssen wir auch noch machen, was wir bei Wolf vergessen haben, dass er ja auch eine ganz andere Position plötzlich gespielt hat. Ich habe das Gefühl, Kovac will einfach, dass er spielt und setzt ihn halt irgendwo hin. Da hat er gegen Mainz ein bisschen zentraler gespielt, der gegen Köln hat auch ein bisschen andere Position gehabt. Das mit Da Costa im Verbund, die haben ja auch das Tor zusammen vorbereitet, quasi, das waren ja die Pässe, glaube ich, Wolf auf Da Costa, Da Costa auf Jovic, Jovic auf Rebisch, war das glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, nach dem zweiten heißen Äppler. Aber so ungefähr, das war ja schon, das ist auch schon gut gemacht gewesen. Quatsch, das war gegen Köln. Das war gegen Köln. Sehr viel, sehr viel Geschwindigkeit drin. Ja. Und ja, ich finde, ja, wir sind wieder beim selben Thema. Ich fange jetzt auch gar nicht an, ich lasse euch jetzt in Ruhe, aber wir sind wieder beim selben Thema. Ich kann diese Mannschaft immer noch nicht seriös einschätzen mit allen emotionalen Verstrickungen, die ich in mir trage. Ich bin dann nicht schlauer geworden. Nee, ich auch nicht. Ich schwanke da auch sehr. Was sagt ihr denn, lass uns mal vielleicht mal ein bisschen auf die Tabelle schauen. Frage an euch, war es das jetzt für Köln? Ist das jetzt so langsam der Abgesang, der da jetzt gestartet ist? Ist mir eigentlich egal. Nämlich würde es einfach mal nur eure Meinung interessieren. Also es ist, es ist sehr realistisch. Das Problem ist, ich finde, die haben immer noch gute Ansätze. Also wie gesagt, ich habe Terodde ja eben nicht ohne Grund eigentlich erwähnt, aber das Gesamtkonzept funktioniert halt einfach nicht in der Art und Weise. Also ich würde es mir echt wünschen, weil irgendwie habe ich Bock, dass das Wunder irgendwie bestehen bleibt beziehungsweise, dass das Wunder entsteht und Köln bestehen bleibt, muss man so zu sagen. Das würde ich mir eigentlich sehr, sehr wünschen. Und du siehst ja, wie die anderen Mannschaften auch herumdiletieren. Der HSV will die ein ums andere Mal. Die Mainzer sind erbärmlich schlecht. Da geht gar nichts. Also das sind ja alles, das sind ja alles drei Opferlamm-Mannschaften. Also da wartet ja eine Mannschaft nur förmlich, alle drei Mannschaften warten eigentlich förmlich, dass der Undertaker kommt und sie alle nachher in die zweite Liga holt. Das ist doch, also ich meine, der letzte Gong kommt gleich für euch drei. Ich meine, da weißt du ja gar nicht, wen du eher mit in die zweite Liga holen sollst. Also ich meine, das ist fürchterlich. Ja, und der HSV schafft das, das Match irgendwie noch durch Disqualifikationsfälle und irgendwie das nicht. Ich glaube trotzdem, ich glaube der FC Köln, was meine Theorie beim FC Köln ist, die haben trotzdem den falschen Trainer. Der hat das gut gemacht, weil er neu war und dann hat das mal funktioniert und die hatten auch gute Spiele, die haben auch gegen Dortmund als sie vorhin einigermaßen gut gespielt und hätten auch locker gewinnen können und dann erschossen. Ich glaube aber nicht, dass das System und die Art von Rutenbeck für die ganze Rückrunde reicht und der wird glaube ich aus diesem Tal, wo Köln jetzt so ein bisschen drin ist, weil die müssten ja eigentlich jetzt denselben Flow nochmal probieren zu kreieren, den die vor diesen drei Siegen hatten. Ich glaube, das schafft er nicht. Das schafft er spieltaktisch und emotional nicht, weil er sich wahrscheinlich mit seiner Art schnell abnutzt, aber das ist natürlich nur meine küchenpsychologische Ferndiagnose, aber das ist so das Gefühl, was ich habe, dass eigentlich könnte diese Mannschaft das schaffen, aber ich glaube nicht mit dem Trainer und auch nicht mit dem Sportdirektor, weil der auch niemand ist, wir kennen das, der niemand ist, der gut Mangel verwalten kann, sondern er jemand ist, der, wenn er in einem Flow gerät, das gut moderieren kann mit seiner Art, aber nicht jemand ist, der vielleicht, ja, dann den Bock umstößt, will ich mal sagen. Das hat er ja nicht nur bei der Eintracht so gezeigt, sondern auch in Hamburg, auch in Wolfsburg. Wenn es dann mal eine schwierige Situation war, war er nicht derjenige, der da rausgekommen ist. Da hast du viel Wahres drin. Und mich ärgert es ehrlich gesagt, mich ärgert es ganz ehrlich, dass sie diesen Trainer verpflichtet haben, das meine ich gar nicht böse. Also der ist kein schlechter Trainer, mag das nicht sein, aber das ist der falsche Mann zur falschen Zeit. Genau. Das ärgert mich. Genau, das ist eine Spezialsituation, da kannst du nicht so einen Random Guy holen. Da musst du vielleicht einen Undertaker holen. Ja, da musst du all in gehen und da musst du jemanden nehmen, der polarisiert, der den Druck von der Mannschaft nimmt, der aber gleichzeitig eine gewisse Idee hat und du hattest doch die Winterpause, du hast immerhin Terodde verpflichtet. Du hättest noch andere Ansätze gehabt, um zu sagen, hier wird noch nachjustiert. Aber da wurde zu wenig gemacht, da war zu wenig drin. Man hat sich gefühlt damit zufrieden gegeben, einen mega guten Mann zu holen wie Terodde. Gut, natürlich, die haben noch mehr geholt, aber das dauert natürlich auch. Ich glaube, im Mittelfeld hatten sie ja jemanden. Aber das dauert, bis sich das einspielt, der Franzose, bis der überhaupt relevant wird, dann sind die schon in der zweiten Liga. Das nervt mich. Du hättest in der Innenverteidigung noch viel mehr nachbessern müssen. Ach, das ist halt scheiße, weil die Chance ist da. Die anderen beiden betteln darum. Mainz will endlich in die zweite Liga, so habe ich das Gefühl. Und auch bei Hannover 6.9, die spielen gut. Aber auch der HSV. Selbst beim HSV ist es mittlerweile so, ja, naja, irgendwann ist es uns egal. Jetzt wollten wir noch jetzt hier den Bruchhagen absägen. Ja, der sich eh schon die Mühe gemacht hat, überhaupt noch mal bei dem Karnevalsverein da anzufangen. Also, es ist alles erbärmlich. Es ist alles schlimm. Die einzigen, die sich dagegen aufbäumen, jetzt nicht abzusteigen, ist halt wieder mal Werder und Stuttgart kommt auch immer besser. Also, mit den beiden brauchst du nicht zu rechnen. Wenn Wolfsburg nicht noch da unten reinrutscht, dann ist halt da echt der Käse gegessen unter denen dreien. Und da sprichst du was sehr Gutes an, Marvin, nämlich die nächsten Spiele. Wenn du dir anguckst, Hannover, Leipzig, Stuttgart, Bremen sind die nächsten vier Spiele dann von Köln. Also, da müsstest du schon mega gut punkten, denn dann hast du wieder Leverkusen, du spielst am Ende noch gegen die Bayern. Das ist alles, alles schwierig. Also, du musst jetzt aus den nächsten vier Spielen, ich bin voll bei euch. Der Effekt ist eigentlich schon verpufft gewesen. Die Spiele waren ein paar gute Spiele dabei, auch gegen Dortmund war dabei. Jetzt gegen die Eintracht, das war kein gutes Spiel von Köln. Der Effekt war, entweder haben wir so mega durchschaut und ich unterschätze auch unsere Eintracht hier wieder maßlos und wir waren hier wieder der Überbringer. Aber dann muss gegen Hannover die Antwort kommen und wenn da nichts kommt, dann wird es glaube ich wirklich, dann ist es glaube ich schon fertig, weil du sagst, Stuttgart und Bremen wird schwierig. Ich glaube, da hat sich ein bisschen vercoacht. Also, als ich die Aufstellung gesehen habe, mit vier zentralen Mittelfeldspielern im Mittelfeld gegen eine Mannschaft wie die Eintracht, die erwiesenermaßen auch viel gut über die Außenkommen mit Chandler, und dann mit Lehmann gegen Boateng. Der Marvin hat sich gesagt, dass er überhaupt noch in der Bundesliga spielt, ist ja ein Rätsel. Und dann gegen Boateng. Stell dir einfach mal die beiden Gesichtsausdrücke alleine nebeneinander vor. Da weißt du schon, wer die Hoheit im Mittelfeld hat. Der guckt ihn einmal an und sagt, was ist los, Kleiner? Da würde ich, da hätte ich anders, ich hätte anders aufgestellt und wie ich es schon gesagt habe, der Effekt ist schon verpufft und ich glaube, er kann den nicht mehr erzeugen, weil er, er gibt das auch als Persönlichkeit nicht her. Er gibt das nicht her, wie der Marvin es gesagt hat, so zu polarisieren, dass so ein bisschen der Fokus von der Mannschaft weggeht und du dieses, ja, dass du so eine Aura hast, die sich vielleicht in einer gewissen Weise verselbstständigt. Das Problem ist, dass ich jetzt hier groß rumlabern kann, mir fällt auch keiner ein, den die jetzt hätten holen können. Aber, Rutenbeck, nee, sorry, also da weiß ich nicht genau, da kannst du ja fast sogar lieber Peter Neuro holen und auf den Himmelfahrtskommando gehen und gucken, dass der irgendwelche Tänze vollführt. Nein, Spaß. Aber, ich sehe das nicht, ich sehe das nicht und ja, weil eigentlich müssen wir festhalten, die Eintracht war an dem Tag zwar gut, aber wenn du drinbleiben willst als FC Köln, musst du eigentlich in Frankfurt gewinnen, finde ich. Ja, klar. Gerade in Anbetracht der nicht unfassbaren Heimstärke der Eintracht. Die Eintracht ist trotzdem, glaube ich, noch 13.14. in der Heimtabelle. Und, wie ich es gesagt habe, die werden gegen München nichts holen, gegen Leipzig wahrscheinlich auch nicht. Die müssen jetzt schauen, dass die dann halt mal so Killerspiele wie gegen Leverkusen zu Hause gehen und das wird ganz, ganz schwer, weil irgendwann und ich weiß nicht, wie sie es machen werden, aber der HSV wird leider auch irgendwann wieder punkten und dann stehen die halt mit Mainz da und schauen sich gegenseitig an und sagen, oh ja gut, komm, gehen wir runter. Hello, hello und Alav. Aber was ich noch mal sagen will, wir haben schon, das soll jetzt auch nicht despektierlich wirken, wir haben schon gut gespielt. Du hast schon gemerkt, dass die Eintracht Fußball spielt. Ja, natürlich, das wollte ich gar nicht sagen, ich wollte nur sagen, dass hier, das stimmt, da habe ich mich vielleicht auch missverständlich ausgerückt. Ich meinte jetzt nur von den Spielen, die Köln noch im Vergleich hat, hätten die hier gewinnen müssen. Also auch wenn ich jetzt mir eine Tabelle aufmalen würde und die Spiele durchgehen, würde ich als FC Köln denken, okay, in Frankfurt musst du gewinnen. Und dann hätte Köln das, wenn die bei uns gewonnen hätten, hätten die es ja nochmal richtig heiß gemacht. So haben sie es nicht gemacht und du hast auch bei den Kölner Fans nach dem Spiel das Gefühl gehabt, die waren ja in der Winterpause schon tot, wurden dann irgendwie nochmal wiederbelebt und wussten wahrscheinlich selber nicht, wie ihnen gerade geschieht. Waren dann so ein bisschen gepusht und naja, das ist halt dann doch, also es ist wie so ein Ballon, der irgendwie, wo du denkst, okay, vielleicht ist er noch nicht ganz geplatzt, hältst du das Loch zu und denkst, ich schaffe es trotzdem nicht den zu retten, ich habe jetzt hier alles probiert zu kleben, der Ballon ist wahrscheinlich kaputt. Es ist halt insofern einfach brutal, weil du ein Wechselbad der Gefühle hattest, du warst, wie du es gesagt hast. Und dann gewinnst du auch das gegen Gladbach und du bist wieder dran, du hast zweimal Last-Minute-Situation und dann bist du wieder da und ich meine, wie du gesagt hast, hätten die jetzt gegen die Eintracht gewonnen, hätten sie mit 16, 16 zu 17 Punkten gegen den HSV, das geht noch, da geht noch was. So ist es halt, du quälst dich, du quälst dich und im Endeffekt ist das einzige Ziel, was die Einerer erreichen können, der Relegationsplatz. Und das wird trotzdem, ich hoffe, dass es bis zum Ende echt eng wird. Ich bin gespannt, wann Mainz die Reißleine zieht, auch wenn das so ein typischer Fußballsprung ist, die Reißleine ziehen, genauso so Torflaute und so ein Scheiß, diese Sprüche, die kein Mensch mehr hören kann. Aber so wird es irgendwann laufen. Also ich meine, es wird so sein. Und mal schauen, wenn die dann holen. Du musst jeden Tag auf Gedeihen, für der du die Möglichkeit bekommst, einfach punkten. Und ich bin froh, dass es gegen die Eintracht nicht war. Dafür war die Eintracht einfach viel zu gut. Und jetzt wünsche ich den Kölnern alles Glück der Welt für die nächsten Spiele und hoffe, dass es doch noch irgendwie passiert. Ich auch. Grüße. Grüße. Grüße, genau. Gerade bei dem Thema Tabelle so schön sind. Wir stehen auf Platz 4. Ich bin seit dem Wochenende versucht, immer mal wieder so einen Tabellenrechner rauszuholen, kann mich dann aber immer noch relativ schnell da irgendwie vor retten. Ich habe es schon gemacht. 55 Punkte. Reicht für die Europa League. Ja, das ist die Frage. Marvin, wir haben da eine längliche E-Mail bekommen, wo ebenfalls ein Basti mal Statistiken bemüht hat und sagte oder errechnete, dass 53 Punkte durchaus für Platz 4 reichen können. Ja, schön. Für Platz 4 sogar? Okay. Könnten. Ja, hätte, hätte. Also das ist leider, leider kannst du das nicht benutzen. dieses, wir können uns nicht nach der Saison hinstellen und sagen, letztes Jahr hätte das aber Felix Y. Ja, das kannst du nicht. Das schockt mich auch ehrlich gesagt nicht. Genau. Das ist mir vollkommen egal. Also ich meine, ich brauche keine Punktrechnung. Was ich will, dass die Eintracht Woche für Woche ans Maximum ihres Möglichen geht und dann irgendwie, wir haben einen Lauf, den müssen wir weiter nutzen. Ja, und jetzt, da werden wir gleich aufs nächste Spiel kommen und da wird es ja auch wieder extrem schwierig. Aber, aber das ist für mich das Wichtige. Wie viele Punkte am Ende des Wern, guck dir doch an, wie viele, wie oft wir schon eigentlich kurz davor standen und dann hat keiner mehr da oben gepunktet. Da war das ein Schneckenrennen um Europa. Keiner Rolf mehr. Ja, und wir haben aber mitgemacht. Ja, genau. Ja, ich muss immer wieder und ich erwähne es glaube ich auch zu oft hier an diese Schafsaison denken. Da hattest du auch immer solche Situationen und dann hast du plötzlich 4-1 in Freiburg verloren. Ja. Aber wo keiner voran, wo wir in die Euroleague eingezogen sind, war es ja auch so, dass wir eigentlich Du hattest ja noch den Champions erreichen können. Ja, und dann haben wir noch einfach von unserer Hinrunde profitiert. Das war ja genau das Gleiche. Und das ist wieder diesmal so und ich hoffe genau das, was der Marvin sagt, dass das eintritt. Dass die Eintracht mit allen Rückschlägen, die da noch kommen werden, auf die wir alle vorbereitet sein müssen, die aber andere auch erleiden werden und Leverkusen hat das zum Beispiel jetzt gehabt mit einer halben Niederlage gegen Hertha. Genau solche Spiele werden wir auch haben. Vielleicht verlieren wir zu Hause in Hannover. Vielleicht verlieren wir zu Hause in Hannover, aber dass wir die Reaktion zeigen, wie oft das Augsburg-Spiel und dass wir durchpowern. Und nochmal, ich kann es nicht seriös bewerten, Stand heute, ich sage mal Stand jetzt gerade, kann ich mir vorstellen, dass die Eintracht tatsächlich nächstes Jahr Europäisch spielt, wenn die es durchziehen. Vorstellbar wäre es, ja. Ist im Bereich des Möglichen, so will ich es mal probieren zu formulieren. Und zumindest hat der letzte Spieltag gezeigt, dass wir nicht komplett panisch werden und auch Spiele wie unter anderem gegen Köln dann verlieren und damit dann auf 6-7 rumdödeln. Sondern wir sind vierter aktuelles geil, haben im DFB-Pokal nochmal eine Runde weiteres kommen. Eigentlich zeigen sie ganz gut Moral und Stärke und auch charakterlich scheint es recht gefestigt zu sein. Also schauen wir mal. Ja, ich schwanke gerade so ein bisschen zwischen das wird keine zweite oder nicht wieder so eine eklige Rückrunde und dem Punkt, dass ich eigentlich drauf warte, dass es von Spiel zu Spiel nach wie vor wie bergab geht. Da schwanke ich jetzt mittlerweile auch so mehrmals am Tag hin und her. Ich glaube so ein bisschen, mein innerer Basti kommt da durch. Das macht einen echt kirre. Ja, aber wie hat die, hast du es nicht getönert heute? Dann bin ich alle ein bisschen bustierett. Ja, ja. Ich tut mir leid für alle, die es betrifft, weil ich kann kaum noch schlafen. Ich bin auch, ich wache jeden Tag mit einer anderen Stimmung auf. Ich sage auch immer zu anderen verschiedensten Leuten verschiedenste Sachen. Ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll, weil ich mir es nicht erlauben will, daran zu denken, was passieren könnte. Kannst du ja auch eh nicht. Das ist ja das Schlimme daran. Genau. Das macht einen wahnsinnig, ja. Ja, aber wenn ich selber spielen würde bei irgendwas, dann könnte ich mich wenigstens selber hassen. Und ich hätte das selber im Griff, könnte es selber auch machen. oder nochmal trainieren. So sind wir auch, natürlich sind wir als Eintracht Frankfurt auch nicht, also die Eintracht, wir können uns nicht hinstellen und sagen, wir sind jetzt Väter, wir haben es in der eigenen Hand, haben wir nicht. Wir sind davon abhängig, ob Vereine, die mehrere Möglichkeiten und bessere Spiele haben, es einfach nicht packen. Wir sind davon abhängig, dass irgendwie zum Beispiel Schalke, Leverkusen und so, die alle da rumdümpeln oder Gladbach auch noch, dass die es einfach nicht auf die Kette kriegen. Und momentan kriegen es viele nicht. Und das würde ich gerne diesmal nutzen, statt, weil wir sind in dem Floor. Ich glaube, wenn, um einen berühmten Mann, Uli Hoeneß zu zitieren, the trend is your friend. Wir müssen es halt jetzt, jetzt wenigstens so weit wie möglich der Trend noch bei uns ist, ausschlachten. Dass wir dann irgendwie in fünf, sechs Spielen mal in so ein Tal geraten, damit rechne ich eigentlich fest. Aber vielleicht kannst du das mit einem gewissen Polster gut überstehen. Und dafür ist es ganz wichtig, möglichst viel Ruhe zu behalten. Weil es kommen, ich sagte ja, es kommen auch bald wieder stürmische Zeiten. Es kommen bald, die dunklen Wolken, ohne jetzt prophetisch aktiv sein zu wollen, ziehen jetzt schon wieder auf. Da werden wir gleich noch drüber sprechen. Aber wir müssen uns diesen positiven, diese positive Energie und beziehungsweise, das klingt total, als wäre ich so ein Eso-Mensch, positive Energie. Wir müssen das positive einfach aktuell behalten, weil es läuft geil. Und wenn wir allein nur auf die Ergebnisse gucken und auch auf das Spielerische, dann ist es super. Und da müssen wir jetzt noch die, wir müssen die Kuh melken, solange da noch Milch drin ist. Yes! Genau dieses besseres Bild gibt es gar nicht. Genau so ist es. Und dann können wir immer noch schauen, was passiert, Milch die anderen Kühe gegeben haben. Gut. Ach Gott, das macht mich fertig hier nur alleine darüber zu trinken. Ich bin schweißgebadet. Da habe ich ein perfektes Thema für dich. Dann kommen wir doch mal von Kühen, die Milch geben, zu Bullen, die Energydrinks trinken. Eine bessere Überleitung ist mir da jetzt gerade nicht eingefallen. Das erste Montagsspiel dieser Bundesliga. Nächste heikle Thema. Wir gegen Leipzig zu Hause. Und die große Frage ist ja, gibt es, also die große Frage, die ich mir momentan noch stelle, ist, wie ist das mit diesen Protesten gegen dieses Montagsspiel oder macht das denn Sinn? Weil eigentlich würde es in der jetzigen Situation ja eigentlich gar keinen Sinn machen. Klar, man ist sauer auf den DFB und die DFL und der Gegner passt einem vielleicht auch nicht. Aber in der jetzigen Situation die Mannschaft nicht zu unterstützen, ist eigentlich doch auch grob fahrlässig, oder? Das ist ein ganz heikles Thema. Der Marvin und ich hatten auch unter der Woche ein bisschen drüber gechattet bei WhatsApp. Waren uns auch nicht sicher, wie wir vorgehen sollen. Weil ich glaube, da gibt es auch, bei dem Thema gibt es kein richtig und kein falsch. Ja, das macht es ja so schwierig. Ich kann jeden verstehen, der sagt, ich protestiere dagegen und ich finde es wichtig, dass es da auch einen Protest gibt, der, ja, der auch nachhaltig ist und der nicht nur so ein bisschen ist, wenn man dann sagt, man feiert zehn Minuten nicht an. Wenn du das machst, musst du es richtig machen und vielleicht sogar dem ganzen Stadion für eine gewisse Zeit fernbleiben und oder dann das ganze Spiel nicht singen. Dass halt, dass dieser Impact, den du dir hoffst, da ist und da keinen vollen Kompromiss machst. Aber der René hat es auch angesprochen. Ich könnte auch jeden verstehen, der sagt, ey Leute, können wir das nicht irgendwie verschieben und oder uns auf die Halbzeit beschränken und oder das mit Bannern, mit Plakaten machen, weil diese Mannschaft da unten gerade echt in diesem Flow ist und ich habe keinen Bock, dass wir uns den selber nehmen, indem wir so ein Lulli-Spiel vor einer leisen Kulisse haben, wo wir dann unglücklich 0-1 verlieren, weil wir vielleicht die letzten Prozent, die diese Fans auch geben und ich finde trotzdem, das merkt man den Spielern auch an, jeder, du merkst das jedem Spiel, wieder an, auch auf sozialen Medien, dass die das auch zu schätzen müssen, zu denken, boah, was geht hier ab, auch auswärts, wie viele Leute und die auch zu Hause gerne sich dann vor den Fans feiern, die diese mittlerweile traditionelle Runde durchs ganze Stahl, die haben wohl laut gesungen, wird blabablob. Soll das wirklich komplett wegfallen, nur um einen Protest zu machen, der wahrscheinlich eh nichts bringen wird, beziehungsweise wo es dann bei Dortmund vielleicht einen gibt, der noch krasser sein wird, wenn da diese ganze Riesen-Stehtribüne leer werden wird, vielleicht, das sind, es ist eine Frage, die kann ich gar nicht beantworten, ich habe ja eigentlich nur die zwei Standpunkte jetzt gesagt, ich kann sie für mich immer noch nicht beantworten, das Einzige, was ich weiß, ich gehe in den Stadion. Ja, also ich meine, ich kann auch, ich stimme euch da beiden zu, es ist ein zweischneidiges Schwert, ich kann beide Seiten verstehen, ich empfinde es also im höchsten Maße problematisch an Spielern am Montagabend, wobei Sonntagabend auch schon oftmals scheiße ist für die Leute, die abends dann noch zurück müssen und morgens um 5.30 Uhr aufstehen müssen, ist auch schon sonntags echt scheiße, noch beschissener ist aber der Montag, wenn du dann zum Beispiel aus Fulda anreist, dann müsstest du dir eigentlich, oder noch weiter, also jetzt nicht nur Fulda, stell dir mal vor, kommst du aus Kassel bei der scheiß Zugverbindung, bist Ewigkeiten unterwegs, ja, und siehst dann halt ein Spiel und kommst dann, was eh schon spät anfängt, wie willst du dann nach Hause kommen, kannst ja fast Urlaub nehmen, Leute, das ist scheiße, das ist hinterwälderisch gedacht, also ich weiß, das ist reine Profitgehe und das macht mich dann auch wieder wütend, weil du dann nicht an den Endkonsumierer denkst und du denkst nicht an den einzelnen Fan, der sein Haus, ja, dafür mal kurz verlässt, aber auch viel Geld im Endeffekt dafür gibt, dass er zur Eintracht fährt, das ist scheiße, was ist denn los, das geht so nicht, ja, ich meine, wollen wir, das ist halt, es geht alles immer mehr dazu hin, den Fans den Fußball zu entreißen, so kann das nicht gehen, aber ich sehe trotzdem natürlich auf der anderen Seite halt auch diese absolute Notwendigkeit für die Eintracht-Fans, jetzt gerade bei so einem wichtigen Spiel, gerade gegen so einen scheiß Gegner, ja, hier auch mal mächtig Stimmung zu machen und sollten wir uns wirklich davon momentan außer, ja, selbst außer Gefecht setzen wollen, es ist eine schwierige Sache, aber ganz ehrlich, Leute, ich habe letztens mit ein paar Leuten gesprochen, die haben gemeint, man könnte auch mal kreativ sein, lass doch mal nicht die Fans protestieren, lass doch mal selbst, wenn es Sponsoren auf den Sack geht, lass die doch mal protestieren, die Sponsoren, die im Endeffekt viel Geld dafür reinstecken, dass sie bei der Eintracht drinstecken, dass sie hier was machen, und dass sie aber auch gleichzeitig ein Exposure bekommen, aber die bekommen vielleicht kein so tolles Exposure, wenn keiner einschaltet, weil die Fans keinen Bock mehr haben oder wenn die Stimmung nicht so ist, wie sie sich das erhoffen, also vielleicht sollten auch mal auf der anderen Seite Sponsoren, die vielleicht den Gedanken in sich tragen, doch am Wochenende den Fußball so belassen zu wollen, wie er ist, vielleicht sollten die mal auf dieser Ebene protestieren, vielleicht sollten die mal Spruchbande, das ist jetzt total ein bisschen absurd gedacht, aber vielleicht sollten die, die könnten die sich auch mal drucken lassen, müssen sie ja nicht selber malen, aber dann könnten die auch mal ganz klar Zeichen setzen, so nicht mit uns, und das hätte da vielleicht auch nochmal eine Wirkung, vielleicht sollten wir diesen Protest in kreativer Art und Weise weg von den stimmungsgebenden Fans hin zu dieser Ebene tragen, und meine Güte, wenn wir das irgendwie einigermaßen gewuckt bekommen würden, was absurd genug ist, das weiß ich auch, aber was denkst du, welche breite Einigkeit wir innerhalb dieses Konstruktes entstehen lassen würden, also will ich nochmal sagen, da könnte sich der eine oder andere, da könnte sich auch der eine oder andere Sponsor schlagartig noch viel besser stellen. Ich glaube, das traut sich keiner. Schwierig. Traut sich, glaube ich, keiner. Schwierig, ja. Also ja, das fände ich eine richtig geile Sache, aber da bin ich zu desillusioniert, glaube ich, um mir das vorstellen zu können. Aber wen sollst du anpissen, wen sollst du als Fan, als Sponsor anpissen? DFL? Da scheißen die doch auch drauf. Meine Güte, wenn ich die jetzt anpisse, von wegen wir Montag spiele, haben wir keinen Bock drauf oder so. Oder wenn du stattdessen sagst, hier, alle Fans, die jetzt trotzdem am Montag kommen, lest ja was, Jungs, wir haben auch keinen Bock, aber deswegen schenken wir euch, was weiß ich, 3000 Liter Freibier oder so. Einfach mal kreativer Protest, nicht immer ins Negative abgleiten. Sehen, so und so machen wir es. Wir müssen auch jetzt irgendwie sehen, dass wir möglichst gut durch die Saison kommen und diesen positiven Vibe auch von anderer Seite irgendwie oben lassen. Ja, vielleicht wäre das, aber da muss sich halt auch mal jemand auf Sponsoren-Ebene Gedanken machen. Weiß nicht. Ja. Total geil finden. Ich fände es auch total geil und das wäre für mich auch die Ideallösung, ob es jetzt ein Sponsor ist oder nicht. Die Idee ist jetzt für mich neu, die gefällt mir nicht sehr gut. Ich hätte mir eigentlich auch einen Protest gewünscht, der das eine nicht aussieht, sondern was Kreatives, wie du es gesagt hast. Und da hätte ich mir sogar auch gefallen lassen, zu sagen, dass vielleicht das ganze Stadion irgendwie 10 Minuten draußen bleibt und dann erst reingeht oder irgend so was, wo du dann halt erst mal siehst, oder ist ja gar keiner, dass das zumindest beim Fernsehzuschauer ankommt. Dann kannst du auch viel mit Spruchbändern, mit Gesängen arbeiten oder ja, oder innerhalb, ich weiß nicht genau, das habe ich mir jetzt noch nicht zu Ende Gedanken gemacht, aber es hätte mit Sicherheit Möglichkeiten gegeben, vielleicht einen Protest zu machen, der, ja, wie soll man das sagen, der eben nicht dann so diesen Drive rausnimmt, den wir gerade haben, weil ich kann mir trotzdem vorstellen, dass Montagabend, da ist flutlich, die Eintracht spielt quasi um Platz 2 oder 3 an dem Abend, dass da Drive drin ist und dass das auch so ein magischer Abend eigentlich hätte werden können, gerade gegen so einen ekelhaften Verein. Gerade, das wäre gerade so ein, das könnte, eigentlich könnte dieses Spiel diesen Kicker geben, der dich durch die restliche Saison trägt, sowohl für die Fans als auch für die Mannschaft und dem wird so ein bisschen vorneher in die Luft rausgenommen, das ist schade, auch wenn ich es verstehe, das heißt, ich verurteile die Proteste nicht, weil als, ja, das konnte ja auch keiner ahnen, wenn die Eintracht jetzt Elfter wäre, dann wäre ich voll dabei, dann würde ich sagen, jeder, würde ich jetzt hier die Banne des Mali, aber ja, ist schwierig, es ist eine blöde Situation und der Idealfall ist, dass die Eintracht trotz Protesten gewinnt, einfach. Das ist alles in Ordnung. Also wir können, glaube ich, festhalten, das ist eine sehr vertrackte Situation, ich finde die Variante, die Marvin angesprochen hat, über die Sponsoren auch eine extrem charmante, weil du kannst halt eigentlich als Sponsor außer dem eigenen Verein keinem wirklich auf die Füße treten und wenn du das in Abstimmung mit denen machst, seitens DFB, DFL, passiert dir da halt wirklich nichts und es wäre halt wirklich mal was anderes und du würdest halt einfach die Fans aus der Nummer so ein Stück weit rausnehmen. Fände ich eine gute Variante, mal sehen, was jetzt am Ende passiert. Ich glaube, wir sind uns da jetzt auch alle noch nicht so wirklich einig, aber das, was passieren wird in irgendeiner Form und sei es jetzt einfach nur wieder mit Spruchbändern, ich glaube, das ist unbenommen. Lass uns mal auf das Spielerische gucken. Basti hat schon gesagt, da ist durchaus was Tabellenmäßiges drin. Natürlich auch so ein bisschen abhängig, der Montag hat natürlich auch so ein bisschen den Charme, wir sind der Letzte, wir können halt wirklich auch so ein bisschen gucken, was die anderen dann da auch tun, aber wir werden mit Sicherheit, also meiner Meinung nach, da absolut auf Sieg spielen, weil was kann denn schon großartig schief gehen? Die Antwort will nicht gewinnen. Maximal halten. 90 Minuten halten spielen. Naja, komm, also wir haben durchaus schon Spiele gesehen, wo wir in der 55. Minute angefangen haben, Spiele zu verwalten. Ja, klar. Da hatte ich nicht das Gefühl, dass wir auf Sieg spielen. Das würde ich jetzt bei dem Gegner und bei der aktuellen Situation mal nicht unterstellen wollen. Ich bin mir so ein bisschen unsicher. Ich finde, Leipzig ist jetzt auch nicht, also hat auch mit diesen ganzen Dreifachbelastungsdingern so ein bisschen zu kämpfen. Die spielen jetzt auch gerade nicht so die Sterne vom Himmel. Ja, Geld schießt zwar manchmal Tore, aber in dem Fall jetzt auch nicht so immer. Naja, Tabellenplatz 2 ist schon nicht so schlecht bislang. Naja, aber wenn du jetzt mal auf die Punkte guckst, ist es halt auch, ja, also da könnte auch Dortmund, da könnte auch die Eintracht, da könnte auch Leverkusen oder Schalke stehen. Also so weit ist es punktemäßig jetzt auch nicht auseinander. Das ist jetzt halt auch ein Punkt mehr als Dortmund. Ja, klar. Er spricht aber eigentlich fast noch mehr gegen das Konzept, was er fahre. Ja, also keine Ahnung. Das hätte man auch smarter anstellen können. Aber gut, es geht halt nicht immer auf, Leute nur mit Geld zuzuscheißen. Aber gut. Aber du hast vollkommen recht. Ich meine, natürlich, das ist eine angreifbare Mannschaft. Das ist eigentlich schon eine super Truppe, gerade in der Offensive. Ich meine, wir kennen sie alle, ja, die Forsbergs. Ja, und dann das eigentlich Woche für Woche der Josef Paulsen in diesen komischen Talksendungen sitzt. Ja, welcher Bundesliga-Verein macht das denn sonst die ganze Zeit seine Leute dahin? Der war schon zum zweiten Mal dort, gell? Genau, diese Scham-Offensive. Meine Güte, das ist ein aktiver Fußballer, der setzt den hin, wenn er 50 Pokale gewonnen hat und irgendwie, was weiß ich, dänischer Rekordnationalspieler ist. Aber was geht mir das auf den Sack? Aber das ist natürlich diese Scham-Offensive. Ja, wir sind ein nahbarer Verein. Und ja, da kann jeder mal und da ist ja so gut integriert, sprich Deutsch oder so, weißt du, keine Ahnung, was weiß ich. Aber das ist ein absolut, absoluter Larry-Verein. Die sind Fan-Up von allem auch, was die da erzählen mit dem Investor und dass die sich nicht wünschen, Gut, das haben wir ja gleich wahrscheinlich echt noch getan. Das kann ja nicht wahr sein, das kann ja nicht wahr sein, was da erzählt wird. Das nimmt immer weitere Züge an von Dingen, die wir schon öfters mal angesprochen haben. Grüße. Aber die haben halt ein ordentliches bis sehr gutes Team, je nachdem, auf welche Position du guckst. Das wird ein krasses Ding. Ich glaube, Timo Werner wird nicht so unglaublich freundlich hier begrüßt. Ich hoffe es noch. Ich kann mir vorstellen, dass es eher so eine zwiespältige Kiste wird. Aber wir können echt, wie du gesagt hast, schön offensiv agieren. Wir haben in dieser Partie nichts zu verlieren, sondern eigentlich alles zu gewinnen. Und ich habe da Bock drauf und wer weiß, ob die Leipziger nicht einmal mehr wieder Oxfamberg stehen werden. Ja. Da fällt mir keine vernünftige Überleitung ein. Ja, ich meine, ist doch auch so, ist doch ganz klar. Ich meine, wenn wir jetzt die Menschen gegenüberstellen, die Spieler, dann wird es wahrscheinlich leicht für Red Bull ausgehen. Wir wollen jetzt hier keine 1 zu 1 Analyse machen. Ich würde sagen, toll, da sehe ich dann eher bei uns, aber bei vielen anderen Positionen der Offensive. Ich meine, Keita, Kampel, ja, Paulsen, Timo Werner und dann, ja, das hört sich ja schon nicht so schlecht an. Also das ist, das ist schon Potenzial da. Der Upa, Upa Meccano ist auch ein Spieler mit Potenzial. Weiter hinten, Orban auch. Da würde ich ungern mit Russo und Fayette in der Innenverteidigung spielen, muss ich wirklich sagen, um das nochmal kurz aufzugreifen. Aber das haben wir halt auch schon, das haben wir halt in dieser Saison wahrscheinlich auch schon öfter gedacht und es ist trotzdem gut gegangen. Das ist halt, das musst du normalerweise echt nicht über 34 Spieltage machen, aber wir müssen, ja, ich weiß auch nicht, also das ist, Fußball ist doch aktuell bei der Eintracht gar nicht mehr rational zu bewerten. Wenn wir jetzt irgendwie, wenn wir wirklich bei FIFA Position gegen Position gehen, dann würden wir immer sagen, ja gut, ist klar, wer gewinnt, aber es ist es nicht. Das ist die Magie des Fußballs, die uns jetzt wieder ein Stück weit trägt. Das ist das, was den Fußball so unberechenbar macht und da können andere Leute Hass-Tiraden auf die Eintracht schimpfen und negativ sein, wie sie wollen. Im Endeffekt ist es momentan mega lustig und mega cool, weil du es nicht ganz genau bestimmen kannst. Du kannst es nicht genau vorhersagen und das kannst du auch am Montag nicht. Und das ist es. Leipzig ist ein bisschen verwundbar, das hat sich gezeigt in der Vergangenheit. Dieser Flow bei denen ist ein bisschen draußen. Die haben zwar jetzt wieder gewonnen, aber ich will gar nicht dran denken. Ich habe mich innerlich schon und in meiner Punkterechnung brauchen wir am Montag keine Punkte. Nö, genau. Alles kann, nix muss. Genau. Alles nix zu her. Ich glaube, das ist ein gutes Credo für dieses Spiel. Weil es jetzt noch so lange hin ist, würde ich jetzt die Aufstellung an der Stelle mal skippen, auch wenn man sich das oder sich bei uns beschwert hat, dass wir das in letzter Zeit das Öfteren mal getan haben, aber es ist jetzt echt noch lange her, da geht noch viel Wasser der Meinung nach. Eine Frage habe ich und zwar könnte eventuell Abraham wieder eine Situation sein? Deswegen würde ich nämlich auch gerne darüber sprechen. Ich habe nämlich gehört, dass er da wieder eine Alternative ist. Meinst du wirklich? Nee, aber ich meinte vom Zeitpunkt. Ich würde ihn nicht stellen. Ich habe aber nur gehört, ich habe gehört, dass er auf jeden Fall wieder fit ist und dann zumindest, ich würde ihn mal Leipzig noch draußen lassen, weil da würde ich mir eh nichts ausrichten, aber für mich wäre er dann gegen Hannover sofort wieder dabei. Für mich auch, ja. Ja, also Leipzig wäre mir jetzt auch zu früh. Ich würde vielleicht bei Leipzig sogar, dass du als so ein, ich würde dann Willems vielleicht auch mal wieder bringen und gucken, ob er eine Reaktion zeigt und vielleicht auch den einen oder anderen Spieler mit, vielleicht Stendera sogar, vielleicht den Spieler, mit dem Leipzig nicht rechnet, weil die werden sich wahrscheinlich gewissenhaft mit ihren acht Millionen Videoräumen und Space Future Balloons werden die wahrscheinlich eintransizieren. Ralf Rangnick hockt wahrscheinlich immer noch auf dem Dachboden und guckt sich mit einer Höhlenlampe alte Bilder und Videos an und schläft nicht mehr und was weiß ich. Aber vielleicht kann die Eintracht was Antizyklisches tun. Ja, und die Leipziger ein bisschen überraschen und einfach, ja, ein bisschen, zumindest für ein Spiel, so eine Abkehr von unserem neu gewonnenen, teilweise Kombinationsfußball, bieten zu einfach langer Hafer und vorne im Sturm mit Boateng und Allaire spielen, die einfach die Bälle irgendwie festmachen und dann einfach dieses Pressing, was uns erwarten wird, einfach überloppen und gucken, dass wir irgendwie einzelne Führungen gehen und uns dann mit zehn Mann hinten reinzustellen, ist mir auch egal. Also du sagst, Boateng nach vorne ziehen in den Sturm. Boateng und Allaire vorne als Doppelspitze, ja, ich würde so ein... Und Fernandes dann mit auf die Doppel-Sechs, damit hinten ein bisschen sicher ist, oder geht ihr da nicht gut? Weil ich hätte gerne, ich habe da bei dem Spiel gegen Augsburg war ja ein Riesenproblem gewesen, dass Mascarell total überfordert war. Auch mit der Defensivarbeit war einfach zu viel und ich glaube, nach der Einwechslung von Fernandes war da zumindest ein bisschen Stabilität drin. Auch Mascarell konnte wieder ein bisschen nach vorne mitarbeiten. Also ich hätte es lieber, und da bin ich voll bei euch, ein bisschen defensiv, lieber ein bisschen sicherer stehen, versuchen, ein paar lange Bälle reinzuhauen und dann geht vielleicht ein glückliches Ding rein oder ein Wolf läuft über außen, zieht ein Ding rein. Er ist ja auch momentan wirklich richtig gut drauf. Und Acosta hat mir auch gut gefallen. Marvin, du hast es, glaube ich, vorhin angesprochen gehabt. Also wäre für mich eigentlich auch eine Option. Dementsprechend, ich finde es auch, du hast völlig recht, es ist alles noch zu früh, wer weiß auch nicht, nicht, dass sich noch jemand verletzt oder jemand anderes kommt zurück. Und Fabian haben wir jetzt schon wieder auch gar nicht auf dem Bildschirm gehabt. Vielleicht spielt er auch mal. aber prinzipiell würde ich schon gerne mit einer sehr kompakten und auch griffigen Defensive spielen und da gehört für mich normalerweise neben Mascarell dann ein defensiver, richtig defensiver Sechser dazu. Also ich würde fast, ich würde fast mit Viererkette und zwei Sechshand spielen. Ich würde Viererkette, zwei Sechser, zwei Außen- und zwei Stürmer, wo du dann wirklich bei gegnerischem Beihabersitz mit zwei Viererketten agierst, so wie das sehr, sehr tiefstehende Mannschaften oft so machen, wo du dann halt so siehst, du musst zwei Viererketten überspielen, bringst dich die Sechser noch so ein bisschen tief rein, wo vielleicht Rebic und Wolf auf den Außen sind, du dann eine Viererkette noch dahinter hast mit der Costa und Chantel auf den Außen, zwei Innenverteidiger und dann, ja, vielleicht sogar Hasebe und Mascarell auf der Sechs oder, ja, Fernandes hat jetzt bei mir keinen Platz und dann Boatengal ja vorne. Vielleicht so ein bisschen die Statik vom Spiel verändern, weil Leipzig ein Gegner ist, der auch anders agiert. Der wird, wenn die Eintracht, du hast ja gesehen, was Augsburg bei uns ausgelöst hat. Augsburg hat uns eigentlich mit unseren eigenen Mitteln geschlagen. Die haben uns nicht viel angeboten, die haben hoch gepresst und die Eintracht hat es irgendwie nicht geschafft, irgendwie sich zu befreien und die haben uns eigentlich so, also die Augsburg sah so ein bisschen aus wie wir auch in einem guten Spiel. Vielleicht müssen wir das auch so ein bisschen machen, dass wir, weil ich glaube nicht, dass wir den Pressing von Leipzig noch, wir sind dem auf jeden Fall noch nicht gewachsen, glaube ich. glaube ich auch. Ich glaube nicht, dass wir Pressing resistent genug ist, um mal so einen Begriff hier einzuwerfen, um diese Leipziger Mannschaft dadurch, ich glaube, das muss körperlich mit langen Bällen auf unsere bulligen Stürmer gehen und dann auch ein bisschen mit Kollege Zufall und vielleicht wieder eine Standardsituation, weil Leipzig da ja in der Vergangenheit auch das ein oder andere Problem hatte. Ich fände die Idee mit dem mit dem mit dem langen Hafer auf die bulligen Stürmer vorne gar nicht so verkehrt und ich würde an der Stelle einfach das Mittelfeld komplett skippen. Also in der Mitte zentral einfach gar keinen. Mascarell so ein bisschen als als defensiven Sechser, Boateng als hängende Spitze fände ich jetzt gar nicht verkehrt und einfach in der Mitte lass doch halt einfach eine Lücke, dann sollen die Leipziger sich da den Ball hin und her spielen, ist doch vollkommen wurscht. Kontersituation, langer Ball nach vorne, gar nicht erst irgendwie über die Mitte versuchen, einfach fort damit. Die Energie kannst du dir doch komplett sparen. Das wäre vielleicht einfach mal ein ganz anderes Spiel, was wir uns auch danach nicht wiederholen sollten, aber vielleicht reicht das für diesen merkwürdigen Montagabend. Ja, was meinst du, was meinst du, wie blöd die gucken, wenn da in der Mitte halt einfach gar keiner ist? Ja gut, gar keiner ist nicht. Vielleicht gibt es sogar. Ich weiß schon, was du meinst. Dann haben sie den Ball im Mittelfeld. Ja, und? Ja, dann werden die ein, zwei Steckpässe auf den schnellen Timo Werner spielen, dann gucken wir blöd. Genau, dass die auch zu genau die Pässe spielen können. Da dürfte wirklich keine kleine Lücke in unserer Abwehr sein und das muss ich sagen. Ja, aber der muss so ein bisschen, womit du auch arbeiten musst, ist einfach auch, dass diese Leipziger Spieler, das sind alles keine, vor denen ich Angst hätte, wenn die sauer auf mich wären. Ja, weil ich gerade sage, das sind doch alles mir Möschen. Da musst du den Werner mal angucken, sagen, was willst du mit dir, wenn du meinst, du lässt dich fallen, dann schlitz ich dich auf. So, oder wenn dann Boateng gegen Diego Demme, stelle ich mir auch lustig vor. Der, äh, Axel hatte mir dieses lustige Bild an die Hand gegeben, zu sagen, als ich verzweifelt war, dass Leipzig zu gut ist. Stell dir jetzt vor, der Boateng guckt Demme an und sagt, was ist mit dir, was bist du für einer? Oder hier, wie heißt der, der ein bisschen merkwürdig aussieht, da hinten in der Abwehr? Willi Orba? Karl-Frangnick, achso. Nein, also, wenn dann, wenn dann guckt ihm, ja, dann vielleicht ein Ribbit guckt ihn auch an und sagt, was ist los mit dir? So, vielleicht kann die Eintracht so ein bisschen, vielleicht können die die ein bisschen einschüchtern und können damit arbeiten. Die Eintracht muss mit grenzwertigen Mitteln arbeiten, damit, weil wir werden dieses Spiel, wenn wir uns auf einen spielerischen Kampf einlassen, werden wir verlieren. Grenzwertig würde ich jetzt nicht sagen, aber wir sind ja jetzt auch, wir haben ja nicht umsonst den Ruf weg, dass wir irgendwie so ein bisschen Tretermannschaft oder irgendwas sind, dann kriegen die halt einfach frühzeitig eins auf die Knochen, dann hast du halt irgendwie einen Spieler, der hat halt in der 20. Minute die gelbe Karte, aber dann ist halt auch klar, wo hier Linie ist, ja? Dann wechselst du ihn halt in der Halbzeit aus. Ja, aber dann wissen die doch alle, was ist, das sind halt alles irgendwelche Einzelkämpfer und Mimöschen, wenn du denen frühzeitig mal einen ordentlichen Tritt in die Hacken gibst, dann lassen die halt auch den Fuß weg. So. Wie werden es denn? Was sagt ihr denn ergebnistechnisch, Herr Marvin, Sie stehen hier aus welchem Grund auch immer schon wieder als erstes in der Liste? Ach, naja, das ist schwierig. Och komm, ich bleib mal optimistisch und sag, hm, 1-0 für die Eintracht. Dennis? Ich geh mit Marvin mit, 1-0 durch den Standard. Basti, möchtest du revidieren oder bleibst du bei deinem Tipp? Was hab ich da hingeschrieben? Was hab ich da hingeschrieben? 0-2 0-1 0-2 Nee, ich korrigiere. Ich hab mir das jetzt eingeredet. 0-0 0-0 Ähm Womit ich gut leben könnte an dem Abend. Ja Auf jeden Fall. Ja, ähm Ich geh beim 1-0 mit. Ach Leute, Leute, wisst ihr mal eigentlich was? Dann muss ich aber mit Beatmungsgerätern am Tag drauf in die Sendung kommen. Ist überhaupt kein Problem, wir besorgen dir eins. Gut, dann lass uns doch mal so ein bisschen auf die aktuellen Geschehnisse ähm, kommen. Und da war ich gestern so ein bisschen irritiert, als ich das auf Twitter vorbeifliegen sah. Ich hab die U-Mannschaften nicht wirklich im Blick gehabt und war deswegen etwas irritiert, als ich gestern gelesen habe, dass Schuhe und Bildewald als Trainerteam der U-Mannschaften freigestellt worden sind. Ich könnte mir vorstellen, Marvin, dass du da mehr dazu weißt. Grund war ja wohl, dass sie in den letzten Spielen gerade mal eins gewonnen haben. Ähm, ich weiß nicht, ich finde sowas immer persönlich so ein bisschen irritierend, weil wenn man so sieht, was vorher gewesen ist, dann war da ja doch eine ganze Menge Positives. Okay, jetzt läuft's halt schlecht. Ich kann's jetzt schlecht bei einem beurteilen, aber vielleicht kannst du da noch ein bisschen mehr zu sagen. Na gut, also die U-19 hab ich jetzt in der letzten Zeit auch nicht so krass am Blick, aber es ist natürlich schon klar, dass, also du hast es in den letzten Wochen eigentlich schon öfter gehört, also dass die Zufriedenheit nicht so hundertprozentig da war, so der ein oder andere Spatz hat's auch so ein bisschen von den Dächern gepfiffen. Es gab auch mal schon von Schuhe so ein paar Aussagen, wo du gemerkt hast, na, okay, er hatte so das Gefühl, dass er nicht mehr, also auch nicht mehr so ganz sicher auf seinem, also er wusste schon, dass irgendwas in diese Richtung kommen kann und es ist natürlich auch so, am Ende sind es ja nur zwei Punkte, die die Frankfurter Eintracht momentan vom rettenden elften Platz trennt, ja, und wenn du überlegst, dass Nürnberg zwei Spiele mehr hat als die Eintracht, das ist ja jetzt nicht das alleinige Argument, ja, das heißt, also wenn ich aus dieser Entlassung jetzt mal mehr hineinfabudiere, als man normalerweise jetzt daraus ziehen kann, würde ich schon sagen, dass das auch wirklich perspektivische Gründe hat, dass auch Tabellenplatz 13 als einziger Kritikpunkt gesehen wird, sondern die Entwicklung, die im Grunde nicht hundertprozentig zufriedenstellen ist. Du hast immer wieder Leute, die an den Kader der Frankfurter Eintracht ranrücken, an den Profikader, aber die Einsatzzeiten, wenn wir uns das mal genau anschauen, die sind ja eher, ja, non-existent, seien wir ehrlich, ja, also selbst ein Digi Bayreuther und andere, die spielen ja keine wirkliche Rolle, die werden rangezogen, da wirst du, probierst du halt viel, dass du die im Training irgendwie, ja, mitschleppst, dass die vielleicht irgendwas daraus lernen, aber im Endeffekt kommen sie nicht in den Profikader, der natürlich einfach momentan drei Nummer zu groß ist für die Jungs, das ist ja ganz klar, und du hast einfach ein extremes Problem, dass die Eintracht die Übersetzung einfach nicht schafft, da schafft keiner die Übersetzung vom, ich sag mal so, das Problem ist, dass bei der, die U19 ist nicht NXT vom, in Sachen Wrestling, weißt du, du hast kein Alistair Black dabei, du hast kein Alistair Black, nein, es ist nicht NXT, wo du jeden hochziehen kannst und der kann wahrscheinlich mindestens genauso geil spielen wie deine Spiele, die du im ersten Kader, die dann dementsprechend in der WWE sind, nee, das ist das Problem, du hast hier leider die U19 ist eine regionale Liga aus Australien, ja, oder aus Ungarn, die zwei, drei ganz akzeptable Leute im Kader haben, aber das reicht überhaupt nicht, dass du irgendjemanden vom Sockel stellst oder beziehungsweise aus den Socken schießt damit, weißt du, es ist halt einfach ein Problem und die Trainer und auch Bindewald und Schuhe haben es anscheinend auch nicht geschafft, über so einen langen Zeitraum jetzt etwas Besseres zu kreieren, was soll man sagen, es ist einfach mega traurig, also für mich ist es einfach als Fakt einfach traurig, denn das sind absolute Legenden, Uwe Bindewald und Alex Schur und bei Alex Schur kommt halt noch die Komponente zu, dass wir uns ja mehrere Jahre eigentlich immer wieder gewünscht haben, ich erinnere an den Abstieg, an die Abstiegssaison, wo dann klar wurde, okay, scheiß Leute, an die Letzte meine ich, was machen wir jetzt, wollen wir jetzt hier neu durchstarten, wie machen wir das, jetzt kompletter Reset, wollen wir vielleicht mal, und da weiß ich noch, da habe ich auch hier im Eintracht Podcast dafür plädiert, zu sagen, Leute, lasst Alex Schur endlich mal ran, er hat es verdient und mit dem bauen wir jetzt die Scheiße hier neu auf, wir wissen alle, es ist anders gekommen, Armin Fee kam, hat viel Geld in die Tasche gesteckt bekommen und hat viel Geld zum Ausgeben bekommen, damit wir mit aller Macht wieder in die erste Klasse gekommen sind, wissen wir auch, aber danach, ich glaube, es war vor scharf, war es vor danach scharf, ich glaube, es war vor scharf, wo dann auch gesagt, dann war gut, jetzt wie nach der Ära fehl vielleicht jetzt, kam wieder nicht, nach scharf, kam wieder nicht und dann war irgendwann, irgendwann hast du gemerkt, okay, jetzt ist Kovac da, das Zeitfenster, ja, hat sich einfach für Schur geschlossen, er ist ja dann eigentlich hin und her rotiert, war eigentlich beim Nachwuchsleistungszentrum und war ja zuletzt bei der U19, jetzt kam mit Petza Juli ja noch jemand, der eigentlich mögliche Plätze okkupiert, das heißt, macht die, macht den Wirkungsbereich eines Alexander Schur noch geringer, was soll man sagen, er ist ein wortgewandter Typ, Basti und ich haben ihn gesehen, bei der, bei den Elf Freunde, Jahresabschluss-Dingsbums, das war geil, der ist nicht auf den Kopf gefallen, der ist smart, der weiß, was Fußball und die Bundesliga angeht, aber irgendwie hat er, bekommt er bei der Eintracht einfach nicht den Break, den wir uns für ihn wünschen, so ein bisschen wie Cenk Toso und der Trainer-Gilde um es mal so zu sagen. Ja, ich, also ich, mich hat das auch einigermaßen schockiert, weil die halt schon so ein bisschen, ja, dieses Standing würde ich eigentlich ungern missen wollen, weil das hat man trotzdem gerne und dass es jetzt nicht gepasst hat, passt mir eigentlich nicht. Ich verstehe die Gründe, warum es passiert ist, Marvin hat sie schon gut ausgeführt, ich hätte mir trotzdem gewünscht, dass man da vielleicht eine andere Lösung findet, weil ich habe das Gefühl auch, was mir ein bisschen unterschätzt wird, was ich das Gefühl habe bei der Eintracht und das war halt auch in der Zeit vor Kovach, vor Hübner, dass du so Trainer auch alleine lässt, finde ich. Also ich finde auch, dass du nicht nur Spieler, du musst halt auch Trainer dir selber ausbilden. Also ich finde, dass andere Vereine das an gewissen Stellen eventuell besser machen, dass du die Trainer, mit dir auch, dass du dir die quasi so ranzüchtest, wie nach deinen Vorstellungen. Das wurde, finde ich, bei ihm nicht so ein bisschen gemacht, der Marvin hat es angesprochen, das war nicht immer so ganz klar, ihm war dann manchmal auch nicht ganz klar. Als ich hatte vor drei, vier Jahren beruflich auch mit ihm ein bisschen zu tun, da wusste, da hatte er ja diese komische Position da gehabt, wo er dann irgendwie der dritte Co-Trainer war, wo er dann da, da wusste er gar nicht genau, was er machen soll, das hat er mir auch gesagt. Da habe ich gesagt, ja, ich fahre da hin und dann gucke ich da ein bisschen mit, das war dieser Goodwill-Move, wo er da so hochgezogen wurde, aber gar keiner genau wusste, was er machen sollte. Und da finde ich, da wurde er mit ihm auch ein bisschen unglücklich reagiert, er agiert, weil du trotzdem mit ihm einen Fund hast, mit dem man eigentlich wuchern kann. Er ist trotzdem eine Symbolfigur, das wurde mir an gewissen Stellen zu wenig genutzt, weil solche Leute hat nicht jeder Fallen. Dass er ein Spieler ist, der ausnahmslos von jedem Einzelnen vergöttert wird, der, wie der Marvin sagt, auch jetzt nicht einer von diesen dummen Bratzen ist. Ich weiß es, das Problem ist, aus der Ferne fällt es mir schwer zu beurteilen, woran es eventuell hapert, ob das jetzt an seinen Fähigkeiten liegt oder ob das an seinem Standing liegt, was ich glaube, auch mit Bruchhagen weiß ich nicht immer so eins, ob das noch irgendwie Nachwirkung hatte, dass er den Makel mit sich rumträgt, dass er es nie geschafft hat. Und jetzt kommt halt mit Bobic jemand, das haben wir an vielen Stellen gefeiert, deswegen können wir uns jetzt glaube ich auch nicht beschweren, dass er genau so an solche Nummern rangeht. Wir können uns nicht beschweren, dass er hier mit dem Besen durchgegangen ist und wir begeistert sind, wie die Eintracht endlich mal auch mit fünf Jahren Verspätung richtige Sachen tut und wir können jetzt aber nicht losfallen, wenn er das an der Stelle macht, die uns emotional irgendwie berührt. Weiß ich alles, das ist ähnlich wie mit den Protesten, ich kann beide Seiten da verstehen und hätte mir da auch genau, ich würde dann auch gerne diese Sponsorenlösung wie der Marvin für das Leipzig-Spiel genommen hat, so eine, natürlich nicht mit Sponsoren, aber so eine Mittellösung hätte ich mir bei Schuh auch gewünscht und vielleicht findet man die, aber ich finde schon, dass du so jemanden trotzdem im Verein lassen musst und ich war eigentlich trotzdem der Überzeugung, dass man ihn aufbaut, mit ihm zusammen, dass wenn Kovac irgendwann gehen sollte, was leider bald passiert, auch, dass er dann derjenige ist, der kommt, das wird jetzt nicht so sein, muss man schauen, ich bin sehr, mir tut's weh, auf jeden Fall, das kann ich ja sagen, ich muss es ja jetzt auch nicht irgendwie nüchtern bewerten, vielleicht ist es ja auch richtig, nur weil er es ist, muss es ja nicht, vielleicht ist er auch ein scheiß Trainer, das kann ja sein, vielleicht hat er es nicht drauf, kann ja sein, mir tut's trotzdem weh, auch im Verbund mit Bindewald. Grüße. Dennis, was meinst du? Ja, emotional berührt mich das auch, auf jeden Fall, aber es ist, ich denke auch, es wird schon nicht nur mit der Tabellensituation zu tun haben, da bin ich auch vorbei, Marvin, denn du hast es schon angesprochen, zwei Spiele weniger, wenig Punkte aus rettendem Ufer, aber da scheint wirklich so ein bisschen die Krux im System zu sein und insbesondere vorhin, was du auch angesprochen hast, schon mit diesem, die Spieler aus der U19 schaffen bei uns halt wirklich eigentlich generell überhaupt nicht diesen Sprung, diesen Griff in die Mannschaft und das ist dann schon irgendwie, vielleicht erwarten wir da auch zu viel, vielleicht erwarten die Verantwortlichen zu viel, emotional berührt mich es auch, ich würde mir auch wünschen, dass er noch irgendwo eine Position findet, wie die dann aussehen kann, es wurden ja für viele Stellen oder für viele Posten neue Stellen geschaffen auch, auch um die Mannschaft herum, vielleicht findet man da noch was, aber ich denke, da ist er jetzt erstmal auf jeden Fall in diesem Gebiet Trainer etc. verbrannt und ja, muss man halt schauen, ob es hätte sein müssen und sowas, dafür bin ich auch, ihr habt es schon gesagt, wir sind zu weit weg, man kann es nicht nachvollziehen, auch nur die Tabellensituation, das war ja das, was die Medien so aufgegriffen haben, die Eintracht U19 ist kurz vorm Abstieg, deshalb mussten da jetzt Konsequenzen gezogen werden, finde ich das eigentlich Quatsch und kann hier an der Stelle eigentlich nicht als Argument angeführt werden, aber das ist das Einzige, womit wir arbeiten können, also scheinen sie definitiv auch mit der Trainerarbeit nicht zufrieden gewesen sein, muss man einfach schauen, aber ja. Ja, das war ja auch in der Pressemitteilung der Eintracht, die Eintracht hat das ja selber als Grund angeführt, dass du natürlich da dann auch ganz gute Karten hast, das dementsprechend zu begründen, ist ja auch offensichtlich, aber wie gesagt, das Ding ist, ich glaube ganz ehrlich, die Idee eines Trainers Alexander Schur müssen wir für Eintracht Frankfurt ein für alle Mal abhaken. Das wird nicht passieren. Das war der letzte Nagel, der in den Trainersack eines Alexander Schur hineingeschlagen wurde. Es ist halt, für Eintracht Frankfurt ist das so. Schon wieder beim Undertaker. Ja, ja, sorry, ja, stimmt. Du wirst aber jetzt keinen Trainer nochmal installieren, den du schon bei deinem U19 rausgeworfen musst. Es gibt, man muss sich nur, man muss sich perspektivisch die Frage stellen, was macht man mit den Jugendspielern, die man hat, die man aber nicht in den Profikader, in den ersten Kader überführen kann. Da muss sich eigentlich die Gedanken gemacht werden, das wird sich wahrscheinlich Pizzoli machen, wahrscheinlich aber auch Hübner, wie kann ich ein professionelles Leihsystem etablieren, also wie Chelsea, das macht in einem großen Stile auf einem ganz kleinen, auf einem ganz kleinen Niveau die Eintracht. Das heißt, ich habe so und so viele Spieler, die bekommen keine Zeit, ich muss sie dementsprechend verleihen, ich brauche jemanden, der da drüber guckt und immer hinfährt. Das wäre eventuell eine Möglichkeit, wo ich sagen könnte, da wäre Schur noch der Mann, um dann bei der Eintracht zu bleiben, denn ich merke schon, besondere Intentionen von vielen Eintracht-Verantwortlichen, die daran mitleiden, dass Peter Fischer hat auch gemeint, das ist eine beschissene Scheiße gewesen, da hat er auch keinen Bock drauf gehabt, dass er weggeht. Schur ist für ihn auch eine Identität, eine Integrationsfigur und auch eine ganz klare Figur, die du immer nach außen kellen kannst. Aber dir sind dir die Hände gebunden. Aber das wäre vielleicht eine Position, aber da muss die Eintracht dementsprechend auch erstmal ein System dementsprechend entwickeln. Ja. Sorry, dann habe ich euch totgebabbelt. Nein, 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 du hast völlig recht, das glaube ich, aber es geht uns doch hier allen so, emotional hängen wir sowieso an der Person und auch Bindewald hat da auch schon, ja, vergisst man dann manchmal immer noch in dem Zusammenhang, finde ich auch super schade. Die Sache ist aber auch, ich bin voll bei dir, Marvin, die Trainer, die Cheftrainer-Position ist verbrannt, definitiv. und eigentlich hat er ja auch gezeigt, dass es kann mit, kommt bei den jungen Leuten auch an, etc., ob er es dann natürlich umsetzen kann, dass die irgendwie mehr Leistung bringen oder das, was natürlich dann auch gefordert wird. Das ist immer die Frage. Aber da gibt es bestimmt die eine oder andere Position. vielleicht finden wir ja wirklich noch was. Schauen wir mal. Und vielleicht findet er was. Vielleicht findet er was. Vielleicht muss er auch sich umstrukturieren und muss sagen, ja, Frankfurt, geil, also ich liebe den Verein, aber scheiße, jetzt kommt ein Zweitligist an, der da abt oder ein Drittligist, der vielleicht einigermaßen ambitioniert ist, dann nehme ich das an. Ja? Vielleicht muss ich das, vielleicht muss ich da mal auch aus mir selbst rausgehen. Vielleicht muss ich ein Angebot von Wayne Wiesbaden, falls es irgendwann mal kommen sollte, weil Rüdiger Rehm von irgendeinem anderen Verein irgendwie weggewurschtelt wird. Ja, dann muss ich dann vielleicht da mal hin. Ja, weiß ich nicht. Kann sein. Wäre doch gar nicht so schlecht. Wäre ja immer noch in der Nähe. Aber ich muss dann auch mal sagen, ich muss mich selbst von der Eintracht emanzipieren. Ja. Scheinbar. Ist wahrscheinlich leider so. Andere haben es auch gemacht. Guckt ihr doch an, auch jetzt mit mäßigem Erfolg. Also es kommt immer darauf an, aber guckt ihr denn an diesen Wolf, der von Dortmund weggegangen ist oder hier der David, der jetzt halt bei Huddersfield-Trainer ist. David Wagner. David Wagner, ja. Ich meine auch, ganz ehrlich, David Wagner hat eine ähnliche Vita eigentlich gehabt wie unser Schur. Der wurde damals auch, ja, der wurde jetzt, es war jetzt nicht so, als hätte man jetzt den Vertrag mit Freude strahlen mit ihm aufgelöst. Aber das hat auch dann teilweise nicht mehr funktioniert. So, deswegen ist er dann gegangen. Und plötzlich hat er dann aber trotzdem den richtigen Moment erwischt. und er ist dann zu einem Team gegangen, was mäßig im Fußball. Aber verdammt, er ist mit denen aufgestiegen. Ja, und so ähnlich kann das ja vielleicht auch funktionieren. Wagner hat natürlich die Vorbildung gehabt, dass er ein perfektes Englisch spricht. Da weiß ich halt nicht, wie das mit Alex Schur ist. Aber er muss ja nicht unbedingt nach England gehen. Er kann irgendwo anders hingehen. Aber nur mal so, es muss irgendwie sich was entwickeln. Und er muss auch den Ärger jetzt haben. Haben wir denn sonst noch auf unserer... Ich denke, da haben wir sehr viel jetzt auch über Schur und Bindewald gesprochen, über die Freistellung. Ich denke, zum nächsten Punkt Aktuelles. Gab es denn noch was Aktuelles? Ja, wir können halt mal über den, ja, über diese schöne Mail, also wir haben ja eigentlich mehrere Mails bekommen. Wir sind ja hier voll wie so ein virtuelles Postfach. Und übrigens lege ich gerade, Renés Mikro geht nicht mehr. Jetzt können wir machen und tun, was wir wollen. Nein. Die Mäuse tanzen auf dem T-Shirt. Haha, yeah, yeah, yeah. Also erstmal will ich mich dafür bedanken, dass der Stefan, einer unserer treuesten Zuhörer, uns eine so coole lange Mail geschrieben hat, der aka Superheld bei Twitter. Und er hat uns, wollte ich noch erstens mal bedanken, dass wir ihn im schwäbischen Outback so gut mit der Eintracht-Informationen füttern. Was kann ich sagen? Also er ist, ja, zwischen, bei Stimmungsportkott ist er ja auch irgendwie zwiespältig, weiß auch nicht so genau, was er machen soll. Er sagt es ja auch, wenn die Eintracht-Elfte wäre, wäre es egal. Ich versuche das mal gerade ein bisschen durchzugehen. Über Marius Wolff haben wir eben auch schon gesprochen. Also er, da ist da auch der Ansicht, naja, warum nicht? Marius Wolff hat es sich verdient, also ich denke, da geht er auch mit unserer Meinung d'accord. Da müssen wir echt mal schauen, wie das dann so läuft. Ich gehe ja mal gerade so die E-Mail durch, damit wir das irgendwie so ein bisschen abhaken, weil wir wollen ja auch dementsprechend, ähm, ja, dass der, dass, dass deren Meinung gehört wird. Lassen wir mal ganz kurz gucken. Ja, keine Fehler hinten. Ja, genau, ich will noch mal ganz kurz, äh, ich will noch mal ganz kurz auf eine Personalie kommen, die Stefan jetzt ja auch positiv anspricht. Es geht wieder hin zu den Spielen, aber was ist eigentlich wieder mit Marco Russ? Marco Russ haben wir doch eigentlich schon zehnmal abgeschrieben und er ist trotzdem immer wieder da, ne? Ja, Ja, das ist auch ein heikles Thema. Wir haben heute, wir haben heute die Themen, der, wo ich immer gespalten bin, weil ich auch trotzdem, ja, ich würde ihn weiterhin nicht aufstellen, weil er mir ein unsicheres Gefühl gibt, aber scheinbar ist meine Meinung da ja falsch, weil er uns trotzdem auch das Köln-Spiel ein bisschen gerettet hat mit seinem Kopfball und auch hinten einen einen oder anderen guten Pass gespielt hat. Ich bin froh, wenn ich mich täusche, das darf auch keiner falsch verstehen. Ich bin auch froh, dass ich mich scheinbar am Anfang, also zumindest Stand heute bei Fredi Bobic ein bisschen getäuscht habe. Ich bin der Letzte, der sich beschwert, wenn er uns, ja, wenn, wenn er jetzt jedes Spiel macht, und die Eintracht kommt in den Europapokal, dann bin ich der Letzte, der sich beschwert, nur äußere ich weiterhin, auch wenn die natürlich ein bisschen kleiner werden nach solchen Spielen, aber da würde ich vielleicht, ja, ein Zitat vom Dennis nehmen, wo er sagt, gegen Köln weiß ich nicht, ob man da auch, ob man das als, diesen Lackmus-Test nehmen kann. Ich weiß es nicht, wie gesagt, ich erkenne seine gute Leistung an, will die auch gar nicht kleinreden. Ich will nur sagen, dass meine Restskepsis noch nicht weg ist. Das würde ich eigentlich nur sagen und mir wäre es lieber, mit Follett und Abraham die wichtigen Aufgaben, die uns da bevorstehen, anzugehen. Ja, Salcedo, oder? Ja, Quatsch, oder bist du sogar eher verjent? Nee, 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 Quatsch, ich bin durcheinander, weil ich mir gerade hier parallel Karten für Stuttgart bestelle. Grüße an den Vertikalpfass, der mich darauf hingewiesen hat, dass es noch welche gibt. Okay. Das geht schnell machen. Gut, alles klar, so. Okay. Gut. Die, die andere E-Mail, die ist, ähm, ja, wollen wir dazu noch was sagen? Hm. Von dem lieben Dresdner, der hat ja, das war ja bei der Statistik, das haben wir eben schon ein bisschen. Genau, das war ja, da war ja so ein bisschen von allem drin, also grundlegend war ja erst mal so die, die Frage nach, ähm, Schuhe und, ähm, ob der denn überhaupt noch irgendwie als Alternative in Frage kommen würde. Nein. Hattest du ja lang und breit rausgeführt, Marvin. Ähm, dann war auch so ein bisschen die Frage nach, ähm, Einkaufspolitik, ich glaube, das war so ein bisschen die Frage, die ich da rausgelesen habe, so, hm, jetzt haben wir einen Trainer, der einfach sehr gut in dieses Konstrukt passt, was macht man denn irgendwie dann danach und gäbe es da jemanden außer dem anderen Kovac-Steller vielleicht noch irgendwie so ein bisschen reinpassen würde und auch so von den spielerischen her. Mir würde da jetzt zumindest keine Eins-zu-Eins-Ersatz einfallen, aber ich weiß auch nicht, ob das unbedingt so das Nötige an der Stelle ist. Und auf der anderen Seite finde ich auch eine Diskussion, die jetzt an der Stelle einfach auch schwierig ist, weil jetzt haben wir ein gesetztes Konstrukt, mit dem wir jetzt auf jeden Fall bis zum Ende der Saison arbeiten und da würde ich jetzt ungern eine Diskussion dazu aufmachen, weil momentan brauchen wir sie nicht zu führen, meiner Meinung nach. Ja, ich finde die Idee und auch finde es auch gut, dass er sich darüber Gedanken macht. Werden wir uns auch bald machen müssen, aber genießen wir den Moment. Genau. Das andere war dann das Thema mit den Statistiken, was dir hier rechnet, 55 Punkte. Er hat sich mal die, ähm, Werte der letzten vier, waren es die letzten vier oder sogar noch mehr fünf, ähm, Spielzeiten angeschaut und da hätte man mit 53 Punkten so im Mittel etwa Platz vier erreicht. Hatten wir ja vorhin schon mal kurz drüber gesprochen. Ja, müssen wir halt auch gucken, was da jetzt kommt. Die Saison im letzten Jahr war eine ganz andere als dieses Jahr und da weißt du halt nicht, was am Ende des Jahres reicht. Da kannst du ganz knapp irgendwie drunter rutschen, aber halt auch drüber, das weißt du halt jetzt einfach noch nicht. Ähm, ja, dann war von ihm nochmal der Hinweis, dass es gerade auch in den Bereichen, wie du schon gesagt hast, er kommt aus Dresden, in den Regionen, wo es halt eben keine regionalen Fußballmannschaften gibt, ähm, die Eintracht durchaus viele Fans hat, was ich eine durchaus spannende Info finde, dass da nicht alles irgendwie nur so in Richtung Dortmund, Bayern und was weiß ich was abzieht, sondern da auch die Eintracht einfach eine große Fanbase hat, ähm, und es da halt vielleicht auch noch einiges an Potenzial gibt, was man sich anschauen kann, als Mannschaft oder als Verein. Ich glaube, das ist ja nicht nur im Osten Deutschlands so, sondern generell, wenn man mal über die Landesgrenze hinausgeht, das ist ja das, was wir ja auch immer wieder mitkriegen von unseren Hörern, dass es da durchaus einiges an Fanbasis gibt und man da vielleicht auch das eine oder andere noch dafür tun könnte, ähm, mit diesen Fans irgendwie zu arbeiten oder generell ihnen irgendwas zukommen zu lassen, weil es ja durchaus auch außerhalb von Deutschland schwierig ist, ähm, ja, Bundesliga und die Eintracht auch zu verfolgen, das hatten wir ja auch schon mit dem einen oder anderen Mal diskutiert, ja, ich glaube, das war es so zusammengefasst, dass, ähm, in Summe kann man sagen, wir kriegen momentan extrem viel Feedback von euch da draußen, jetzt nicht nur über lange E-Mails, sondern auch über die Kommentare auf Twitter, wir kriegen extrem viele Vorschläge für den Dummschwärzer der Woche, wo wir ja auch gleich noch dazu kommen, ähm, an dieser Stelle einfach nochmal vielen, vielen Dank, das macht's auf der einen Seite ein bisschen schwieriger, weil ich einfach an vielen Stellen zusammensuchen muss oder wir zusammensuchen müssen, was da so an Input kommt, aber auf der anderen Seite das auch nochmal so eine ganze Menge an Austausch zwischen den einzelnen Folgen bietet und das finde ich gerade extrem charmant und das macht großen Spaß. Ja, auch von mir Grüße. Genau. Vielen Dank. Grüße. Basti, schreibt einfach immer mit Grüße. Grüße ist ne, ja. Dann würde ich sagen, kommen wir zum Dummschwärzer der Woche, oder? Oh, ich bin ein Fan. Danke, danke, danke sehr. Aber es ist dann auch wie im richtigen Leben, jede Kopie ist leider nicht so gut wie das Original. Basti findet den Jingle, glaube ich, immer noch wahnsinnig gut. Das ist ein Lieblings- Nee, 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 sorgt immer für einen Ohrwurm in den nächsten Tagen. Das ist doch schön. Dann lasst uns doch erstmal auflösen, wer letzte Woche gewonnen hat. Wir hatten vier Nominierte, das waren Rainer Kallmund, Sven Voss, Ralf Rangnick und Julian Reichelt und gewonnen hat mit einem ganz knappen Vorsprung von zwei Punkten. Auf Platz eins haben wir Sven Voss mit 36,7 Prozent der Stimmen und auf Platz zwei Ralf Rangnick, der mit 34,7 Prozent nur ganz knapp dahinter liegt. Herzlichen Glückwunsch. Glückwunsch, genau. So, und dann haben wir wieder einiges, wie ich schon sagte, an Hörernominierungen für den Dummschwätzer der Woche bekommen und an Platz eins dieser Nominierten Liste stehe ich, ich kann mich jetzt quasi selbst anmoderieren und zwar von unserem Twitter-Hörer at jmk1337 wurde ich nominiert, weil ich mich, wie ich schon sagte, vor dem Spiel gegen Köln so ein bisschen über Russ und Vallett in der Innenverteidigung aufgeregt habe, aber da wusste ich ja noch nicht, dass die im Sturm spielen, also eigentlich zählt das nicht so richtig, aber gut, lassen wir es mal so stehen. Und da hättest du mich auch daneben schreiben können, ich bin da bei dir, ich habe sie nicht gesehen. Ja, wenigstens einer, der hier zu mir hält, das ist doch schon mal etwas. So, dann haben wir eine zweite Hörernominierung von Eintracht-2102 und zwar Hassan Salihamidzic, der wohl in einem Interview, das muss irgendwie relativ kurz nach den Spielen gewesen sein, gesagt hat, wenn es aus Spanien kommt, dann kommt es mir Spanisch vor. Hu, 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 hu. Der Braco, der wirkt immer noch wie so ein Hausmeister, der plötzlich da so ein Jackett angezogen bekommen hat. Ein zu großes Jackett wohlgemerkt. Ja, weil man sagt, hier Braco, du mochtest mal hier. Ja, Braco, wir brauchen jemanden, der für das Finanzamt so tut, als wäre er Manager. Und dann steht er da, der sieht aus, wenn der Fotos mit Spielern macht, die neu verpflichtet werden wie bei Goretzka, dann sieht das aus, als wäre das jemand, der nach einem Foto gefragt hat. Das finde ich ein bisschen merkwürdig. Naja, gut. Braco. Sieht da ein bisschen aus wie so ein Strohmann. Ja, oder so. Oder er was unterschreiben muss, genau, damit die anderen nicht ins Gefängnis müssen und er muss es machen. Die Pizzeria stellt, der immer total seriös. Der einfach alles unterschreibt und dann im Zweifelsfall der ist, den er halt einfach rausschmeißen kann. Kennt ihr dieses Hundememe? So, I've got no idea what I'm doing here, aber der Hund ist wenigstens angezogen oder so. So sieht es gerade so halt aus. Ja, wunderbar. Dann haben wir eine weitere Hörernominierung von unserem Hörer Ernie Tabby und da muss ich jetzt live aus diesem Interview vorlesen. Wahrscheinlich gibt es dafür dann auch wieder irgendwelche Abmahnregeln, aber ist egal. Es war ein Interview bei der Watz, wo auch immer das für steht und zwar mit Jörg Wondhofer und er sagt, den Wunder, oder er wird wunderbar zitiert mit folgender Passage. Ich bin Fußballromantiker, deshalb finde ich es schade, dass dieses Geschäft doch sehr geldgesteuert ist. Wenn Vereine wie, Achtung, Hoffenheim oder Leipzig sich nach vorne kämpfen, ist das in Ordnung. Die haben eine Philosophie dahinter, setzen auf ihre Akademien, kaufen nicht Wildspieler auf. Da ist so viel falsch in diesem Absatz. Also erst sagt er, das Geschäft ist geldgesteuert und dann sagt er, dass Vereine wie Hoffenheim oder Leipzig nicht Wildspieler aufkaufen und eine Philosophie haben. Also da ist einfach für mich so viel falsch drin. Gott, oh Gott, oh Gott. Ja. Ich verlinke das komplette Interview. Wer genügend Alkohol hat oder schon schmerzbefreit ist, der kann es auch nochmal komplett lesen. Das macht aber keinen großen Spaß. Und dann haben wir eine mögliche Hörernominierung, die würde ich jetzt hier mal zur offenen Diskussion stellen und zwar von Pia, die Peter Hess von der FAZ nominiert. Ja und die Silke, Frau Silke Schneider über Facebook auch nochmal. Genau, die hat ja auch noch, stimmt, das hatte ich vergessen hier einzutragen, die hat er dann auch noch nominiert und da ging es glaube ich hauptsächlich um diesen einen Satz, der relativ am Anfang schon steht, gut für Frankfurt, schlecht für Deutschland. Das ist die Überschrift, ja. Ja, das ist die Überschrift. Es kommt so ein bisschen raus, dass zwar Frankfurt gute Arbeit leistet, aber die Liga halt auch gerade einfach so im internationalen Vergleich abstinkt, könnte man jetzt so grob zusammenfassen. Das ist eine Diskussion, die hatten wir ja glaube ich letzte Woche auch schon mal so ein bisschen angefangen. Die haben auch schon andere aufgenommen. Ich meine, man kann jetzt momentan nicht sagen, dass die Bundesliga auch absolut im internationalen Vergleich so die Spitzenliga ist. Ich weiß nicht, was ist eure Meinung dazu? Habt ihr den Artikel gelesen? Aber das Problem ist, es gibt doch gar keine Wechselwirkungsbeziehung. Also so totaler Humbug. Gut für Frankfurt, schlecht für Deutschland. Ja eben. Was ist das halt über diese Deutsche? Wenn der Eintracht das lassen würde, wäre es ja nicht besser. Ja genau. Oh ne, okay, dann ist okay. Oh na gut, okay. Dann ist besser für Deutschland. Das ist doch totaler Pilschritt. Aber das Problem ist, wir begeben uns hier natürlich wieder auf dem Feld. Was ist der einzige Ansatz von dem geschätzten Peter Hess, Klicks zu ziehen? Das ist doch das Einzige. Mit so einer Überschrift weißt du, weiß er natürlich als alter Fahrensmann auch der FAZ getreu, konservativ, weiß er natürlich, da kann er natürlich so milde empören. Wenn du dir den Artikel dann an sich durchliest, ist es natürlich auch alles halb so wild, aber der lobt ja auch die Eintracht und die macht ja vieles richtig und so weiter und so fort. Aber er geht halt wieder auf Punkte ein, die zum einen total tot diskutiert sind. Wir brauchen uns hier auch nicht darüber eigentlich überhaupt gar nicht nochmal unterhalten, dass wir einen internationalen Kader haben, der beweist Woche für Woche seine Qualität und hätte eigentlich auch die Überschrift finden können, die Eintracht nutzt die Schwäche der anderen aus. Hätte sich aber nicht so geil angehört. Ja, kriegst du keine Klicks für. Nee, kriegst du nicht keine Klicks für, aber so, aber mit dieser gewählten Überschrift ist es halt wesentlich klickiger. Ist das denn wieder ein Credo für diese beschissene Europa-Liga, was sie da mal gesagt hatten, mit den Spitzenmannschaften aus den verschiedenen europäischen Ländern, die eben zu einer Liga ausgegliedert werden soll, um da so ein bisschen, ich sag mal, mehr Wettbewerb wieder in so eine Tabelle auch zu bringen. Geht es da drum, dass das auch eventuell dann als Argument dafür dienen soll? Ich weiß es nicht, ich habe den Artikel nicht gelesen, deshalb lehne ich mich hier gerade sehr weit aus dem Fenster. Nee, steht da jetzt so nicht drin, kannst du natürlich da so ein bisschen rein interpretieren, ja, aber ist jetzt nicht gewollt. Ein bisschen dramatisch auch formuliert, also klar der Punkt, aber dieses, ist der Niedergang des deutschen Fußballs und so, also ich glaube, dass es gar nicht so sehr der Niedergang für den deutschen Fußball wäre, wenn Vereine wie Frankfurt und Schalke diejenigen sind, die die Eintracht in der Champions League vertreten, weil viel schlechter als Laufenheim und Leipzig und so Leverkusen machen wir es vielleicht dann auch nicht. Aber die haben doch wenigstens eine Philosophie. Ja, aber das kann die Eintracht ja auch noch entwickeln. Ich glaube, das wäre schon beeindruckender, wenn die deutschen Mannschaften mit 10.000 bis 15.000 Auswärtsfans überall hinreisen und ich glaube, für den deutschen Fußball wäre es sogar gut, wenn sich an der Spitze Mannschaften wie die Eintracht tummeln würden, weil du dann, glaube ich, auch ein viel krasseres Interesse hättest und viel mehr gute Topspiele vermarkten könntest, auch am Montagabend, als wenn Leipzig und Hoffenheim diejenigen sind, die uns in Europa vertreten, für die sich in dem Land, das sie respektieren, eigentlich niemand interessiert. Also, ich weiß nicht, kann man alles diskutieren. Klar, ist die Eintracht natürlich nicht der Verein, der den tollsten Fußball spielt, aber gut, können wir aber auch noch schaffen, was nicht ist, kann ja noch werden, gell? Wir sind ja auf dem Weg dahin, wenn ich mir wie gesagt das Köln-Spiel so angucke und so. Ja, siehst du mal. Ja, also insofern. Es wäre mit Sicherheit keine riesen Katastrophe, wenn die Eintracht statt Hoffenheim in Europa League spielt. Also, da waren jetzt, ob du vor fünf Zuschauern gegen Prager zu Hause spielst oder vor 50.000 gegen Prager und wahrscheinlich auch mit 50.000 in Prager, weiß nicht, ob das so viel schlechter dann ist. Ich meine, die Eintracht ist gegen Porto auch mit einem 3-3 ausgeschieden, was auch keine unfassbare Laufkundschaft ist. Also von daher, da muss man ein bisschen auch, klar hat der einen Punkt, dass die Bundesliga nicht so gut ist, aber die Eintracht ist mit Sicherheit nicht die schlimmste Symptom davon. Es ist halt, ja, es ist halt im Endeffekt ein mittelmäßiger Alltagstext, den du irgendwie zur Klicktreiberei nutzen musst. Was ja ganz klar ist, irgendjemand muss, die müssen immer jeden Tag was schreiben und irgendwie, was willst du dir die ganze Zeit aus den Fingern sagen? Da kommen, guck dir Peppi Schmidt-Artikel an, da kommt ein schwachsinniger Glaskugel-Beitrag nach dem anderen, weil ihnen halt auch nichts einfällt. Ja, aber natürlich, das ist ja ganz klar, die müssen ja auch ihr Geld verdienen. Das ist ja auch, und irgendwie Eintracht-Texte werden halt immer geklickt, werden immer gekauft. Und da ist halt auch der Hess, ja, keine Ahnung, stellt sich ja auch immer schön zum Training und guckt, aber dann muss er mal was anderes geben. Und da hat er jetzt irgendwie, da hat er halt gewusst, naja, damit kann ich halt so ein paar Klicks machen. Im Endeffekt ist es ein Bla-Bla-Artikel. Wir wissen alle, dass die Bundesliga momentan kein Hallotree-Fußball spielt, aber die Eintracht ist die letzte Mannschaft, die man dahingehend irgendwie eigentlich mit einbeziehen kann. Er hat das nur gemacht, weil er aus Frankfurt kommt und irgendwie einen Text über die Eintracht schreiben wollte und hat irgendwie Symptomsuche betrieben, so what? Also ist halt ein bisschen lame. Finde ich auch vollkommen richtig, die Nominierung allein für diese schändliche Überschrift, finde ich schon reichlich absurd. Aber, ähm, ja, ähm, wenn ich mich über die mangelnde Qualität der Bundesliga beschwere, kann ich mich gerne bei den Leuten beschweren, die großflächig das Geld raushauen und trotzdem nichts gebacken bekommen. Was ist denn, ja, was ist denn los? Ich meine, äh, Hoffenheim, lame, Europa Cup, wenn die wenigstens geilen Fußball spielen würden, die spielen Schlaftabletten-Fußball, ja? Das interessiert mich nicht. Ich kann, wenn ich hingucke, dann bin ich nach fünf Minuten eingeschlafen. Ja, aber, weißt du, aber wo mir halt, wo mir wenigstens die Pizza im Halse stecken blieb, war bei den geilen Auftritten, äh, also so emotional gesehen oder zumindest halt auch von der Stimmung her bei den Kölnern, ja, aber bei allem anderen, das hängt auch damit zusammen, weil ich nur noch so Knalltütenvereine habe, die mich nicht mehr interessieren. Das ist doch das eigentliche Problem. Wenn die, wenn die mit wehenden Fahnen dann ausscheiden, weil es nicht geklappt hat, ja, okay. Ich kann mir sowieso über diese ganzen absurden Konzepte mal Gedanken machen, ob es irgendwie sinnvoll ist, gefühlt, 3000 Mannschaften in die Qualifikationsrunde mit einzuladen und so weiter und so fort. Diese unglaubliche Aufblähung der Champions League und dem ganzen Rotz. Also da kann ich mir auch mal Gedanken machen, da könnte man vielleicht mal darüber, also ich meine, für uns kommt es ja zu Vorteil. Ich will es jetzt gar nicht sagen, wenn wir jetzt die Saison Vierter werden. Das Spiel mit Champions League ist geil, alles gut. Aber war auch früher nicht so schlimm, als nur die ersten zwei sich qualifiziert haben, allein vom Leistungsprinzip her. Ja, also insofern, ich weiß es nicht. Aber da gibt es so viele Symptome, aber da gibt es andere Mannschaften, wie die Bayern, wie auch selbst Dortmund auf jeden Fall und Schalke, die müssen über Jahre hinweg da mal brillieren. Weil bis auf die Bayern teilweise, schafft es ja keine Mannschaft. Sind sie halt da, sind qualifiziert und scheiden dann gegen einen zweitklassigen Hallotrefer hinaus. Ja, aber das ist nicht so mein Ding. Ja, das ist auch eine Diskussion, die in dem Text da angerissen wird, die führt eigentlich ganz wo anders hin und das wird in dem Text gar nicht behandelt und die führt einfach zur Wettbewerbsfähigkeit der Bundesliga im internationalen Vergleich. Da muss die Bundesliga sich die Frage stellen, ob sie das will. Da muss sich jeder Fan die Frage stellen, ob er das will. Ob man auch so viel Geld hier in die Bundesliga blasen will, um das hier Neymar spielt und wir dann in der Champions League rumgeistern. Dann halt aber mit einem anderen Publikum, das sind alles Grundsatzfragen, die wir jetzt hier auch nicht klären werden, aber die Eintracht ist das aller, allerkleinste Problem bei der Nummer. Gegenteil, sind ein bunter Farbdorfer, wie der Marvin es gesagt hat. Das Einzige, was mich an dieser diesjährigen Euroleague-Saison wirklich interessiert, war der FC Köln. So, fertig. Ich weiß nicht mal ganz genau, wo Hoffenheim, wir haben glaube ich auch irgendwelche Grottenspiele gehabt vor Minuskulissen und lächerlichen Auswärtsvideos. Das ist das Problem. Das Problem ist, wenn irgendwann Leipzig, Wolfsburg und Hoffenheim die Champions-League-Mannschaften sind, weil das schaut keiner mehr, weil das überhaupt keine Geschichte verkauft und du verkaufst nicht nur im Wrestling-Story, sondern auch im Fußball teilweise Geschichten, die dich interessieren und mich interessiert es weniger, wenn Chelsea die Champions-League gewinnt, als wenn vielleicht Manchester City das macht, weil das viel mehr Leute mitreißt und das sauge ich dann auf, auch wenn es nicht meine Emotionen sind. Man kann sich ja auch für andere Leute interessieren, wo du dann denkst, okay, das ist für die ja cool und das schaue ich mir dann deswegen an. Oder Barcelon, die zumindest eine gewisse Philosophie haben bei allem Kram, der dann noch nebenbei läuft. Aber mit Wolfsburg, Hoffenheim und Leipzig wirst du diese Geschichten nicht verkaufen. Sorry. Ich will doch feiernde Fans auf dem Marktplatz schreiend, weinend und lachend sehen, aber ich will halt nicht auf dem Dorfplatz in Hoffenheim sehen, wie sie mit ihrem Traktor da rumtuckern. Ja, dann kann ich auch bei mir in den Dorfverein gehen und kann mich freuen, dass der, was weiß ich, SV Mehrholz irgendwie in die Kreisliga B aufgestiegen ist. Das ist das gleiche Gefühl, aber das ist nicht das, was ich an Fußball liebe. Genau, weil du, ja, es ist eine müßige Diskussion, wir haben es ja oft hier gesagt, aber es ist, wie du es gesagt hast, ich sehe es lieber, ich sehe lieber, wenn ich sehe, dass in Köln Leute auf der Tribüne stehen bei Arsenal, die dann Tränen in den Augen haben, als gar keinen. Ja, gut, egal. Kommt gleich ja nochmal das Thema. Genau, wir haben noch eine Nominierung und diesmal von keinem Hörer, sondern von einem von euch und zwar den Herrn Minzlaff. Oh Gott. Ja, da habe ich mich, das habe ich reingeschrieben, weil diese Aussage, also ich habe mir eigentlich vorgenommen, das Thema so ein bisschen zirkulieren, weil das war geil, war immer auf einem gewissen Niveau, immer wieder und das hat sich dann für mich auch als Aufregungsding ein bisschen abgenutzt. Ich habe dann einfach gedacht, der Ralf Rangnick weiß es nicht besser, vielleicht ist halt so, aber dass Minzlaff so ein Brett nochmal rausholt, was mich dafür nochmal anzündet und echt wütend gemacht hat. Ich kann es noch mal zitieren, ich kriege es jetzt hier aus dem Stehgreif nicht zusammen, ich habe es glaube ich da reingeschrieben. Es kann nicht sein, dass da jemand mit viel Geld kommt und alles durcheinanderwirbelt. Also Leute, das ist schon wirklich, das hat schon Kellyanne-Conway-Qualität. Das ist ja nicht zu fassen, das gibt es ja gar nicht. Ich frage euch jetzt mal, wir haben es bei 93 auch schon uns gefragt, glaubt ihr, das ist bewusstes Trollen im Sinne von, so wie Trump das macht? Ja, es ist fake, nein, es ist der eigene, genau, es ist der eigene Versuch, ähm, neue, alternative Fakten zu präsentieren. Es ist wirklich, also es ist eine Umkehrung, ich bläue diesen Leuten immer wieder ein, dass die anderen schlecht sind. Zum Beispiel wie Trump über Jahre hinweg immer sagt, CNN, you're fake news, CNN, you're fake news, bla bla bla, Washington Times, oh you're failing und so weiter und so fort, New York Times, ah you're failing. So, das macht er die ganze Zeit und irgendwann glauben es ein paar Leute und immer glauben es immer mehr. Und ich glaube, das ist so, Minzlaff macht genau das im Fußball-Kontext, wo er die ganze Zeit sagt, ja, aber die anderen, ja, und das ist aber, guck mal, und da kann ja nicht kommen. Das heißt, ich, ich präsentiere mich als heiliger Gralshüter, obwohl ich mehr der jenige bin, der den Gral halt komplett kaputt macht, ja. Aber das ist die einzige Masche, glaube ich. Ja, würde ich auch sagen. Er hat auch Glück, dass man durch Trump so ein bisschen abgestumpft ist, weil da kann man ja auch gar nicht mehr alles aufnehmen, was man da, äh, was man da wahrnimmt. Da sind ja solche Meldungen, wie dass er einen Vergleich mit einer Pornodarstellerin schließt, die nimmt man ja nur noch nebenbei wahr. Das wäre früher Bombshell-News gewesen, hättest du das vor zehn Jahren mal gehabt oder sowas. Da wäre das jeder einzelne, wäre für sich selber, wäre ein Skandal gewesen, der wahrscheinlich wochenlang durch die Gazetten getrieben worden wäre. So ist das hier auch. Die machen das halt, die machen das durch die Masse auch. Wenn Rangnick und Minzlaff oder Hasenhüttl oder egal wer, oder Guido Schäfer von mir aus, wenn die jede Woche irgendeine Grütze sagen, schwächt die einzelne Grütze sich gegenseitig ein bisschen ab. Ja, klar. Umso mehr du von dem Kram hörst, umso weniger interessierst du dich. Wenn ich dem René jetzt fünfmal ins Wohnzimmer kacke und mach das dann noch zwanzigmal, dann regt der René sich vielleicht immer noch auf, aber nicht so wie beim ersten Mal. Ja. Er schüttelt dann irgendwann den Kopf und denkt, was ist denn mit dem falsch? Aber er denkt, naja gut, dann mach ich die Scheiße halt schon wieder weg. Ich bin's ja jetzt gewohnt. Dabei wäre der also eigentlich Zeit, mir in die Schnauze zu hauen. Aber da ich es so oft mache, hat der René sich auf kranke Weise daran gewöhnt. René, ich komme bald vorbei. Ja, ich muss mir notieren, dass ich dir das nächste Mal einfach vorsorglich eine reinhaube, bevor du in mein Wohnzimmer kommst, dann hat sich das Thema erledigt. Oh Gott, oh Gott. Ja, gut. Ich würde ihm da jetzt aber auch pure Absicht unterstellen. Das ist halt einfach zu versuchen, das, wie du schon sagst, einfach mit dieser Frequenz, das halt einfach so uninteressant zu machen. Die Nominierung aber noch mehr berechtigt. Ja, natürlich. Einfach diese Masse. Es ist wirklich, wir könnten hier jede Woche, jede Woche könnten wir wahrscheinlich hier drei aufzählen. Wenn du wirklich auch jede kleine Aussage, die dir vielleicht nicht ganz so plakativ dieser Mist erzählt wird, mit reinnehmen würdest. Das ist einfach nur der Wahnsinn. Aber ich bin voll bei euch. Das ist alles Taktik. Es ist einfach, muss ich selbst in ein besseres Bild stellen. Also er bleibt auf jeden Fall für mich auch ein guter Kandidat für den Titel diese Woche. Aber schauen wir mal. Wahrscheinlich kann man vorsorglich schon mal für nächste Woche nominieren, weil da wahrscheinlich wieder die nächsten drei Social-Media-fähigen Aussagen von ihm kommen. Ja, gerade jetzt, wo die gegen uns spielen, bin ich auch sehr gespürt. Ich bin ja fast schon aufgeregt ein bisschen. Vielleicht geht damit auch was gegen uns noch. Ach nein! Das wäre ja, also vielleicht bezieht er ja noch die Eintracht in seine Aussagen mit ein. Da gehe ich ja mal vorwärts. Das könnte aber erklären, wenn du so aufgeregt bist, dass du so oft bei mir ins Wohnzimmer machen musst. Habt ihr noch weitere Nominierungen für diese wunderbare kleine Kategorie? Nö. Nö. Gut. Dann schließen wir diese Kategorie damit ab. Es gibt wie immer eine Abstimmung in den Shownotes zur aktuellen Folge und ihr, liebe Hörer und Hörerinnen da draußen, könnt für die nächste Woche wieder entscheiden, wer denn den Platz 1 innehat. So, dann kommen wir mal zu den Empfehlungen und da haben wir auch eine Empfehlung von Hörern bekommen und zwar einmal von Benedikt und von Karim und zwar empfehlen sie beide und ich habe sie nicht gesehen, von daher kann ich nichts dazu sagen, eine Doku über die Ultraszene. Die muss wohl am Sonntag in der Sportschau gelaufen sein, kurz vor dem oder direkt vor der DFB-Pokal-Auslosung. Ich habe es nicht geschafft, sie mir anzuschauen. Ich habe nur die Kommentare gelesen und da stand so im großen Tenor drin, dass sie recht unaufgeregt und sachlich war. Mehr kann ich jetzt dazu nicht sagen. Geht knappe 45 Minuten, kann man sich wahrscheinlich mal angucken. Ich weiß nicht, hat sie einer von euch gesehen? Kann dazu mehr sagen? Ich habe sie gesehen, ja. Okay. Ich habe sie auch gesehen, ja. Und, war gut? Und ich fand die überraschend angenehm. Okay. Ich hatte Schlimmeres erwartet. Ich hatte auch sehr viel Schlimmeres erwartet, ja. Es war sehr ausgeglichen. Also es wurden beide Seiten beleuchtet, es gab natürlich keine Lösung, aber es wurden zumindest mal Hinweise gegeben, die sonst in dieser oberflächlichen Debatte nicht gegeben wären zu sagen, dass man alles wie alle Sachen differenziert sehen muss. Nicht immer nur ja die bösen Ultras und die bösen die, die bösen. Nein, das sind alles verschiedene. Es gibt verschiedene Ultra-Gruppierungen unter den Ultras. Es gibt auch noch verschiedene Menschen, auch wenn das ein oder andere nicht fassen mag, dass es in großen Gruppen coole und mega coole Leute gibt. Das ist ja Wahnsinn. Dieses Skandalöse, dieser Skandal, der da gemacht wurde, als die Dresdner mit den Camouflage-Dingern da nach Karlsruhe, glaube ich, gereist sind und den Protest so ein bisschen übertrieben haben, sage ich genau, den so ein bisschen überspitzt dargestellt haben, da wurde auch ganz sachlich erklärt, warum sie das gemacht haben und dass das vielleicht, haben wir auch zugegeben, dass es vielleicht auch ein bisschen drüber war, aber man hat zumindest ihre Intentionen verstanden und auch den Weg dahin, also dass das quasi sich überschnitten hat. Die hatten quasi diese Camouflage-Aktion schon vorher geplant, wie eine Mottofahrt, wie die Eintracht-Fans das auch machen mit Orangen und Bomberjacken und die haben das halt so gemacht, ein bisschen martialisch. Kann man drüber streiten, über den Stil, das mag ihm selber belassen sein, aber und dieses, das Detail-Ausschluss für die Karlsruhe-Fans kam dann quasi in diese Planung noch mit rein, wo sie gesagt haben, okay, dann verbinden wir das halt und haben auch gesagt, wenn ich als große Gruppierung sowas plane und da sind dann zehn Leute dabei, die einen Bierstand ausrauben, kann ich wirklich was da dafür? Klar, es passiert das in der Gruppe, aber muss das dann so sein, dass wirklich 2000 Leute bestraft werden, wenn zehn Leute irgendeinen Mist bauen, wenn es scheinbar nicht möglich ist, Einzeltäter zu bestrafen, was ja wirklich sehr, sehr schwierig zu sein scheint, trotz modernster Techniken überall. Das wurde so ein bisschen erklärt, es wurde aber auch, die DFL kam auch zu Wort, wo man, wenn man sich auf die betriebswirtschaftliche Seite konzentriert, man auch versteht, sagt, was er sagt und einfach gesagt, okay, es ist ganz klar, dass jemand wie Herrn Seifert und die DFL, zu der natürlich aber auch die Verantwortlichen auch unter anderem von unserem Verein, die alle gehören, das ist ja die deutsche Fußballliga, die dann sich auch gerne mal ein bisschen zurückziehen und den quasi ihnen den Präbock spielen lassen, dass der natürlich andere Interessen hat oder andere Sichtweisen, andere Sozialisation seinerseits und andere Werte und Zukunftsaussichten hat, als ein Dresdner Ultra, wem das vorhin noch nicht klar gewesen sein sollte, wird es spätestens nach dieser Doku sein. Und da sind wir heute, das zieht sich heute ein bisschen durch die ganze Sendung. Man weiß manchmal nicht, was richtig und falsch ist, weil das auch Wahrheit ist immer für denjenigen subjektiv und da wird es keinen Konsens geben. Die DFL wird sich nicht einigen, man muss halt nur gucken, dass man zu einem gewissen Grad von der Basis findet, wo alle mit leben können, weil ich trotzdem auch glaube, auch wenn Seifer das ein bisschen geleugnet hat, dass diese Produktbundesliga auch davon lebt, was gewisse Fangruppierungen machen und was für Bilder gezeichnet werden. Und das wird, finde ich, in dieser Doku ganz gut beschrieben und die geht auch offen aus. Also da wird nichts bewertet, weil man es auch nicht bewerten kann. Ein paar Bewertungen in Anführungszeichen waren schon auch nochmal, fand ich, aber auch wichtige Sachen, die die Ultras auch leisten. Unter anderem sind sie doch eingegangen auf die rassistischen Beschimpfungen im Block, dass die massivst verdrängt wurden. Dann, dass eben Pyrotechnik, wenn sie abgezündet wird, nicht mehr die Hand verlässt, was ja lange Zeit gang und gäbe war. Was auch sich die Ultras sehr auf die, ich sag mal, auf die Fahnen geschrieben haben, dafür sind viele Ultrakopierungen wirklich, wirklich heutzutage bekannt. Also da massivst auch ausrasten, sag ich mal, wenn eben nicht nach den Regeln gemacht wird. Das war schon sowas. Aber du merkst natürlich in diesen, ich weiß gar nicht, ob es so 40 Minuten oder sowas war es glaube ich gewesen oder dreiviertel Stunde, kannst du nie alles beleuchten und kannst nicht alle Kleinigkeiten und wirklich Sachen. Aber im Großen und Ganzen fand ich auch, dass es einen ordentlichen Einblick gegeben hat und auch für jemanden, der überhaupt nicht mit der Thematik sonst konfrontiert ist und der eventuell gesagt hat, was macht denn so Ultras und so weiter. Ich fand schon, sie sind nicht schlecht weggekommen. Und da sind wir uns ja alle einig, das sind ein paar Errungenschaften, die man wirklich da sagen kann. Ja, das ist schön, dass das heute im Stadion so ist und auch schön, dass da wirklich massivst sich die Leute dann aufregen und teilweise auch Rangeleien gibt, wenn eben dann nach diesen einfachsten Regeln nicht gespielt wird. Und ja, dementsprechend, das haben sie eigentlich ganz gut dargestellt, meiner Meinung nach. Fandst du auch einen wichtigen Beitrag in der Debatte, die eigentlich vorher ziemlich einseitig geführt wurde. Also Leute wie Christoph Ruf, der da zu Wort kam, der kam auch, konnte sich auch vorher meistens vielleicht maximal über die elf Freunde oder über sein eigenes Buch äußern. Da ist jetzt wenigstens, es ist ja gar nicht so, dass ich will, dass die Debatte jetzt Richtung Ultras gesteuert wird. Ich fand nur als aus, als, ja, als die Waage ein bisschen zu halten, war so ein Beitrag auch mal ganz gut, weil es auch genug Dokumentationen gibt und Nachrichtensituationen, die, die mir immer zu einseitig waren und ich will das gar nicht abschließend bewerten. Ich fand aber gut, dass so ein bisschen Gleichgewicht geschaffen wurde zu sagen, dass wieder Dennis es gesagt hat, jemand, der nicht in der Materie ist, der immer sonst liest und der wahrscheinlich, das habe ich auch mal im bekannten, erweiterten Bekanntkreis schon gesehen, wo Leute wirklich sagen, also ich gehe mit meinem Kind nicht mehr ins Stadion, das ist gefährlich hier, da kommen die Leute ums Leben. Er sitzt vielleicht dann hoffentlich auch mal auf der Couch und denkt, hm, ja, wer weiß, vielleicht sterbe ich doch nicht. Okay. Ich packe mal den, ähm, den Link zu der Doku rein, die ist wohl momentan noch in der Mediathek, ist aber auch auf YouTube zu finden, ich hänge einfach mal beide Links rein und dann kann man sich die anschauen, also wie gesagt, die geht so knappe 45 Minuten, ich glaube, das kriegt man noch ganz gut irgendwie unter. Habt ihr denn noch Empfehlungen? Ich habe sonst keine Empfehlung mehr, nein. Ich habe keine Empfehlung, ich habe nur Abendessen und das wartet auf mich. Was denn, was gibt es heute Burger King? Ne, äh, Salat. Salat. Och, Salat. Das setzt mich jetzt wieder ein bisschen unter Druck, wenn im Freundeskreis schon angefangen wird, gesund sich zu erinnern, muss ich es auch entfangen machen. Quatsch, ich habe vorhin einen Pizza gegessen. Okay, alles klar, Mabel, vielen Dank. So, da schmiere ich mit einem schönen Brot her. Basti, wenn es sich beruhigt, ich habe jetzt hier, nachdem ich einen Whisky getrunken habe, werde ich gleich nochmal an die Chipstüte von Karneval rangehen. Also von daher. Ach, guck mal, mit euch füße ich mich sehr wohl hier in dem Kreis hier. Gut, dann würde ich sagen, machen wir die Sendung für diese Woche auch zu. Für das Feedback haben wir uns vorhin ja schon bedankt. Ich wiederhole es einfach an dieser Stelle nochmal. Macht weiter mit diesem vielen Feedback, mit dem Support, den ihr geleistet. Das hilft uns hier ganz gewaltig und ich freue mich jetzt schon wieder auf reichlich Kommentare und Feedback zu der Sendung und ewig langen E-Mails und dann schauen wir mal. Vielen Dank, vielen Dank für alles. Schauen wir mal, was die Woche so bringt und was das Fußballspiel in der kommenden Woche, kann man ja sagen, so bringt und wir werden am Dienstag wieder aufnehmen und dann werden wir kurz nach dem Spiel uns sehr differenziert dazu äußern oder auch nicht, so wie wir das halt immer tun. Ansonsten wünschen wir euch eine schöne Restwoche, ein schönes Fußballwochenende und macht's gut. Bis nächste Woche. Hey, 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 das stirbt ja noch mal gut, hey, 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 das stirbt ja noch mal gut. Hey, hey, es kann man von Hey, 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 es kann man von Hey, 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 es kann man von